Trink, trink, Brüderlein, trink, lass doch dich so ein Zuhause, trink, trink, Brüderlein, trink, trink, zieh doch dich nicht so krass, meine den Kümmer und meile den Schmerz, dann ist dein Leben ein Scherz! und damit hallo meine lieben liebenden und nicht lieben ich bin es wieder der jan oder aus der korean und ich heiße euch heute abend hier willkommen auf diesem kanal den wir alle seit fünf jahren nunmehr liebevoll die bakker crew nennen eigentlich schon ein bisschen länger aber das war dunkle zeit ja ich habe euch heute wieder the book of unwritten tales mitgebracht warte mal das ist nicht das book of unwritten tales das ist robinson crusoe nun denn hier stehen aber geschriebene geschichten drin erbau deinen stuhl ist das wenn ich wenn ich ihnen eigentlich jetzt zeige ist das dann stuhl tv frag für ein freund ich bin so durch hallo 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 einen wunderschönen guten abend amina chu hallo freudan für sich hallo liebe lurker hallo liebe youtube mensch schön war es ja ich hatte am wochenende besuch der mock war hier wir haben ein bisschen karten gespielt es gibt ein sehr schönes vod dazu vielleicht sogar bald auf youtube wer weiß das schon ich bin eigentlich immer überlegen das könnte ich eigentlich immer wirklich auf youtube hochladen was wir da zusammen gespielt haben war ein schöner abend auf jeden fall und äh ja ich habe meinen donnerstag an madame Pfirsich abgedrückt weil wir können ja hier wenn wir Pfirsich ausfallen lassen dann sind wir ja alle unterzuckert und das geht ja nicht wir brauchen unseren zuckerhaushalt müssen wir ganz klar in der linie halten deswegen Madame Pfirsich jetzt am Donnerstag anstatt mir das ist auch ein wesentlich schönerer anblick auch wenn ihr mich gerne habt ihr habt bestimmt Madame Pfirsich noch viel lieber ganz ganz viel liebe gerade in diesen schweren zeiten wo manche leute meinen nein ein stadion in regenbögen das ist uns zu politisch ich habe gerade ein sehr schönes wahlplakat von der partei die partei gesehen verbietet regenbögen am himmel unser unser himmel muss unpolitisch bleiben denn wir haben ja immer noch den bright month wie ist das eigentlich wenn ich jetzt regenbuchen regenbogen regenbogen kuchen esse ist das dann breitmampf ach für ein freund mir wäre bald ein schnitz dem malz stecken gewesen nein wir brauchen dich noch wer streamt denn sonst am Donnerstag wenn du dich jetzt verschluckst deswegen ist dir das schnitzel im hals stecken geblieben wegen dem der himmel muss unpolitisch bleiben oder dem regenbogen kuchen äh drauf an welches sexuelle orientierung der regenbogen kuchen hat ich denke der regenbogen kuchen ist asexuell aber ich bin mir nicht sicher vielleicht ist er auch mittlerweile paan hmmm kuchen ist für alle da also ist kuchen glaube ich paan oder er macht keinen unterschied möchte von jedem geliebt werden liebe ist für alle da egal ist ob es kuchen liebe regenbogen liebe oder andere liebe ist von mir aus können es auch hiebe sein i don't judge er wäre paan oder omni gut 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 zu wissen da haben wir haben wir unsere da habe ich ja mein mein expertenteam im hintergrund hier was das angeht weil ich bin nichts wissend meine flagge ist glaube ich schwarz wenn ich das gesehen habe ich finde das halt lustig wie alle so schöne bunte farben haben und normal halt einfach schwarz ist ihr könnt mir auch schöne farben geben ich will auch so ne hübsche fahne haben ah nein meine ist schwarz warum naja liebe für alle außer für nazis die kriegen keine liebe nun lass mal gucken habe ich eigentlich schon mein steam gestartet ja mein steam habe ich schon gestartet aber ich habe das game noch nicht gestartet das wäre vielleicht ganz cool so warte mal ich sehe gerade hier steht was landjäger gick da steht jantleger meatball filet mit einem shank beef jerky schulter 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 tucker turkey touredeutsch hamburger rum bacon salami tenderlein jerky lebberkäs flank Schenk Jerk Check Brezella Kevin Leverkars Sparrow Drumsticks Frankfurter Landjäger Tang Hamstrick Steak LOL Was liest der Mann? Warte Hier dieser Zettel Frankfurter Landjäger Tang Hamstrick Steak Jerky Pancetto Tail Shoulder Kevin Ham Duck Schwein Sobelly Meatball Filet Finger Hamburger Schenkel Loading Shoulder Kogi Cola Ella Sierloin Brezella Turt Dacken Hamburger Shortline Beef Gig Jerky Leberkäs Das ist alles Essen Ich hab Krieg Hunger Er legst das mal hier durch En über die Schrift In der Er C setzt Ist auf Den ersten Blick Wird Er glauben Wird er grau Wird Der Schreier Flenne Sichtbar Aha Klärtext Aber es ist alles lecker Buckercrew Hangover I've got a hangover Woah So Mumsfatz Mumsfatz Wir hatten beim letzten Mal Die zwei Trunkenwollte Hier gehabt Tabaklack Hey Schale mit Kokosmilch Ähm So Ich bin Ich bin hier Ich bin Gehen wir weiter. Salz. Ich finde es sehr interessant, wie das Salzwasser dann einfach nicht von der Pfanne runter verschwindet, wenn das Vieh das Salzwasser auf der Pfanne in seinen Mund steckt. Na ja, wir waren auf der Suche nach unserem Katerkiller. Milch haben wir mit der Kokosmilch. Salz haben wir hier mit dem Salzwasser. Wo wir jetzt einfach mal das Wasser hier verdunsten lassen. Hey, wir haben Salz. Dann fehlt noch Pfefferminze. Salz. Da fehlt noch Pfefferminze. Ja, und wir brauchen noch die... ... ... Pfefferminze. Irgendwoher. Aber ich weiß nicht woher. Pfefferminze. Bebop. Mangak. Dongadong. Freak out. Warte mal. Da ist Minze mit drin. In dem Mojito. Da ist Minze mit drin. In dem Mojito. Da ist Minze mit drin. Da ist Minze mit drin. Oh, ja. Das ist Minze mit drin. Eick. Oh, ja. In dem Mojito. Da ist Minze mit drin. Nein, macht er nicht. Wo kriegen wir denn die Pfefferminze her? Einziges was wir machen könnten ist, vielleicht hilft es ja nur die Minze ohne Pfeffer. Mojito. Da ist die Minze auch mit dabei. Ah, okay. Okay, okay, was ist was? Pudu. Okay, wir müssen gucken. Ähm, 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 ähm. Stift. Stift. Hau einen Stift. Warum muss ich hier ein Stift anfragen? Das ist in diesem Haus eine Selbstnahe Stifte. Ich besitze keine Stifte. Warum nicht? Warum zum Teufel besitze ich keine Stifte? Ist hier ein Stift? Nein. Noch nicht mal in meiner Spieltasche habe ich einen Stift. Wo sind meine ganzen Stifte hin? Zwei Meter neben mir. Zwei Meter neben mir. Ernsthaft? Also. Eins. Sieb. Zwei. 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 Out Donga Dongon freakout haben wir hier By the burning Mary Baskettball Blau Ola Basketball Blau Ola Basketball Äh Blau Ola Äh Baskettball Äh Ich sag mal Winken Jetzt fehlt uns noch der Bebop und der Mangang Den gibt es hier bei Mojito Meeren Pästchen Äh Mojito Galopp Robo Galopp 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 ... Galopp Okay, mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege. Also, wir fangen an mit dem Robo. Das müsste dann der hier sein. Dann der Galopp. Das ist der Galopp. Dann der Basketball. Und zum Schluss... Wup, wup! Das hat was genützt, auch wenn man hier drauf jetzt nichts mehr erkennt, weil der Stift so scheiße ist. Gute Stifte. Müssen wir davon mal neun holen. Oder mal wieder auf der Arbeit ein paar Werbegeschenke mitnehmen. Dann wecken wir mal Nate auf. Nicht... Boah! Was zum... Schmeckt wie... Boah! Juhu! Und außerdem hat es all den schönen Alkohol vertrieben. Na endlich. Können wir jetzt die Lampe holen? Wir sollten diesen Friedhof verlassen. Dort draußen gibt es andere Möglichkeiten, Ruhm und Gold zu finden. Wir sind wegen der magischen Lampe hier und werden diese Insel nur mit dir verlassen. Sagt wer? Die hier. Hier ist was faul. Merkst du das nicht? Die Lampe ist es nicht wert. Eine Lampe mit einem Dschinn, der einem drei Wünsche erfüllt? Die ist so ziemlich alles wert. Außerdem brauchen wir sie, um von dieser Insel zu kommen. Wieso? Der rote Pirat hat die Mary mit einem magischen Schloss angekettet. Nur er kann es öffnen. Oder ein mächtiger Zauber. Ich geh mal davon aus, du willst die Mary nicht hier zurücklassen. Mir wird schon etwas anderes einfallen. Ein Wunsch für dich, einer für mich. Und den dritten verkaufen wir meist bietend. So war es abgemacht. Wenn wir jetzt einen Wunsch für die Befreiung der Mary ausgeben, bleibt immer noch ein Wunsch für mich und einer zum Verkaufen. Wo ist das Problem? Was du mit deinem Wunsch anstellst? Befreie die Mary oder lass sie hier. Reizend. I see. Cooler Anzug. Selbst gebastelt? Du verstehst nichts von Technik, ich nichts von Smalltalk. Lassen wir es. Also schön. Wie sieht unser Plan nochmal aus? Du wolltest den roten Piraten und die Waffe im Palast ausschalten. Check. Naja, bis auf den Affen. Sobald der Affe keine Probleme mehr macht, komm ich rein und hol die Lampe. Und du kommst tatsächlich durch die Kristallkuppel, ohne dass der Rote was merkt? Schau dich leise. Kein Problem. Er hat einige wirklich mächtige Artefakte da drin. Wenn er uns erwischt... Kümmer mich um den Affen. Ich kümmere mich um den Rest. Halt mich doch nicht die ganze Zeit von der Arbeit ab. Na genau, von der Arbeit. Ist klar. Hm, eigentlich stehe ich auf Kokosmilch. Aber nach dem Drink vom Phee würde ich sie momentan nicht mal aus dem Bauchnabel von... Ich will keine Kokosmilch. Ah, sprich, stell den Satz ruhig zu Ende, also. Und? Ups. Zuerst dachte ich, vielleicht sind es neue Stücke für die Sammlung des Roten Piraten. Aber dann hätte er sie bestimmt in seinem Palast und nicht hier draußen. Aber was soll man machen? Traditionen wollen gepflegt werden. Diese Stadt war lange das Herz des Piratentums von Aventasien. Zumindest der fliegenden Piraten. Jeder Stein, jeder Nagel. Alles von fleißigen Piraten irgendwo geklaut. Genau. Irgendwo geklaut. Ich und der Kurze da drüben waren uns ziemlich sicher, dass der Rote mir nichts antun würde. Zumindest vorerst. Er ist ein Spieler und Sammler und er mag es zu gewinnen. Er hätte seinen Sieg erstmal ausgetastet. Und bevor er mich als Warnung hingerichtet hätte, wären wir längst mit der Lampe verschwunden gewesen. Ich weiß nicht mal, wie der Gnom heißt. Hab ihn in einem Gasthaus in Bonzing getroffen und von der Lampe erzählt. Er hat einige gute Tricks auf Lager. Und wenn er sagt, er kann eine Kristallkuppel schnell und ohne Geräusche öffnen, dann glaube ich ihm das. Aushänge. Wir, die Piraten der Pirateninsel, fordern, dass dieser Kopf sofort von unserer Insel verschwindet. Er zeichnet XXX, 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 und so weiter. Sehr gute Rechtschreibung. Muss ich sagen, Rechtschreibung ist 11 aus 10, ja. Ich habe den Roten Piraten nach den Statuen gefragt. Er ist mir ausgewichen und hat die nächste Runde bestellt. Niemand weiß genau, warum diese Insel fliegt. Die meisten vermuten ein missglücktes, magisches Experiment oder ein Scherz der Götter dahinter. So oder so, es war das perfekte Versteck für Luftpiraten. Soviel Nierenladen. Das Piratenleben ist nicht mehr das, was es mal war. Man muss sich um alternative Einnahmequellen bemühen. Klingeltöne, Kaffeefarben, Merchandising, solche Sachen. Merchandising, Merchandising, Spaceballs, der Flammenwerfer. Die Kinder lieben ihn. Den Laden gab es noch nicht, als ich hier gelebt habe. Wie alles andere scheint er überstürzt verlassen worden zu sein. Wären meine jetzigen Klamotten nicht viel hochwertiger als diese Piraten-T-Shirts, wäre das die optimale Gelegenheit, lange Finger zu machen. Abhängig von der Temperatur und den Jahreszeiten liegt die Insel mal höher und tiefer. Momentan dürften wir vielleicht vier, 5000 Meter über der Umzugüste schweben. Seit der rote Pirat vor rund zehn Jahren die Macht an sich gerissen hat, geht hier alles vor die Hunde. Einige meint, früher sei es auch nicht besser gewesen und man würde die alten Zeiten verqueren. Aber ich sage, der wahnsinnige Dead Eye Jones, Kielholer Pete und Bob, ich lasse dir die Haut von den Knochen schälen Drake. Schöner Spitzname. Bob, ich lasse dir die Haut von den Knochen schälen Drake. Ein altes Schwert in einem Felsen. Da stellen sich doch gleich mehrere Fragen. Was hat der arme Felsen verbrochen, dass ihn jemand erstechen wollte? Wer hat genug Kraft, um das Schwert in den Felsen zu rammen? Und vor allem, wer profitiert vom Mord? Gott, ich wäre so ein guter Detektiv. Was soll ich mit einem alten Schwert? Außerdem ist es vermutlich eh stumpf. Wer weiß, wie viele Felsen damit schon erstochen wurden. Genau, die Felsen, die erstochen wurden. Er hat dieses Bündel den ganzen Abend nicht losgelassen und hat sich geweigert, mir zu zeigen, was sich darin befindet. Schockiert war er geradezu, als ich es sehen wollte. Aber ich habe alles könnte nicht gehen. Geld und Macht. Wer scheint Albträume zu haben? Jemand sollte ihn vielleicht wecken. Aber ich habe nicht vergessen, dass er mir jahrelang Kopfgeldjäger auf den Hals gehetzt hat. Nur weil ich einmal beim Poker besser betrogen habe als er. Haha, besser? Nicht, ich habe ihn nicht beim Poker besiegt, ich habe ihn besser betrogen als er. Und ich sehe gerade, dass meine Kamera irgendwie heute so weit rechts ist. Ich weiß nicht, warum. Ah ja, ich glaube, ich weiß, warum. Ich hatte die Kamera umgebaut, als Mock hier war. Geisterkompass. Ein alter Kompass. Die Nadel dreht sich die ganze Zeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der viel wert ist. Wer will schon einen Kompass, der nicht nach Norden zeigt? Allein. Allein. Er hat immer die Aufmerksamkeit und Bewunderung anderer gebraucht. Auch wenn wir uns natürlich hinter seinem Rücken über ihn lustig gemacht haben. So ganz alleine, gestrandet auf seiner eigenen Insel. Das kann nicht lange gut gehen. Nur ein ganz kleiner Blick. Hey! Bist du wahnsinnig? Ich, äh, wollte nur mal gucken. Niemand darf ihn sehen. Er ist, äh, schrecklich. Ah, okay. Das, äh, das wusste ich nicht. Alles gut. Ich, äh, ich werde es nicht wieder versuchen. Da unterm Tuch hast du wohl deine neueste Errungenschaft, oder? Ja, er ist schrecklich. Ähm, wenn, äh, er schrecklich ist, warum schließt du ihn dann nicht einfach weg? Er ist auch wundervoll. Er ist so mächtig. Und wertvoll? Wertvoller als, ähm, sagen wir mal, die Wunderlampe da drüben? Mit ihm kann man ganze Armeen besiegen, verstehst du? Und ich musste ihn doch ausprobieren. Was bringt es, so eine Macht zu haben und sie da nicht zu benutzen? Das wäre unverantwortlich? Einen wunderschönen, guten Abendkorps. Ach ja, und natürlich auch noch einen guten Abend an Tide und Kilion. Hab ich vorhin verjessen, weil ich so in meiner Rätselmanie hier war. Haben mich alleingelassen. Alle. Die meisten lungern in der Pirates Bay herum und leben von anderen Leuten arbeiten. Das ist doch keine ehrenhafte Piraterei. Ich denke, wir sollten weiterschlafen. Du ganz besonders. Du willst mich doch nicht verlassen, oder? Was? Ähm, nein. Also, wir fühlen uns ungemein wohl auf deinem menschenleeren fliegenden Felsen. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Ich will weg hier. Sofort. Hier steht eine Menge wertvoller Kram rum. Ja. Er ist dicht. Bedenkt dran. Goethe war dichter. Er wird mich reich und mächtig machen, sodass ich endlich würdig bin. ob man einfach... ob man einfach... Du solltest dich schämen, einem Mann das zu geben, was er will. Wir müssen den Affen loswerden, wenn wir die Öllampe unbenagt stehen wollen. Und das wollen wir. Der Rote Pirat hat eine Menge magisches Spielzeug und eine äußerst labile Psyche. Eine gefährliche Mischung. Ein paar alte Erdnüsse in einer dreckigen Schale. Abendessen für Champions. Der Trank des Viehs hat glücklicherweise dafür gesorgt, dass ich ohne Übelkeit und Kopfschmerzen aus dieser Sache rausgekommen bin. Trotzdem wird es einige Zeit dauern, bis ich die Nase wieder in so ein Buch stecke. Ein Kampf wäre zu laut und sehr kurz. Ich habe gesehen, wie ein einzelner Piratenarfe ganze Handelsschiffe versenkt hat. Wir müssen den Affen loswerden, der Roten. Okay, irgendwie müssen wir den Affen loswerden. Nein, davon bin ich geheilt. Okay. Hm. Dann gehen wir mal Richtung Stift und gucken mal, was es da gibt. Hallo, Santiago. Hallo, Santiago. Schön, dich wiederzusehen. Könnte ich dich vielleicht überreden, beide Augen zuzudrücken, während wir mit der Mary verschwinden? Los, weg hier. Ich bleibe keinen Tag länger auf dieser Insel. Oh, du willst mitkommen? Fantastisch. Ich habe ein neues Artefakt. Es ist fantastisch. Hm. Du plapperst einfach dummes Zeug. Du plapperst einfach dummes Zeug. Hm, da ist Salz in der Pfanne. Ich könnte mir vorstellen, dass das Vieh dafür verantwortlich ist. Während ich im Wassertrog unsere Situation analysiert habe, hat es anscheinend wieder nur Unsinn angestellt. Ja, ist klar. Er hat die Situation analysiert. Das Schloss sieht in der Tat magisch aus. Ich frage mich, ob... Alarm! Psst, psst! Schon okay. Anschauen. Nicht anfassen. Magst du Erdnüsse? Meist wurde der Spiegel eingesetzt, um die Flucht von Luftschiffen dramatisch zu verkürzen, deren Insassen sich den Zorn des Roten Piraten zugezogen hatten. Meine Mary. Der Rote Pirat hat sie persönlich in Ketten gelegt, als wir angekommen sind. Damit hatte ich nicht gerechnet. Sicher, es war mal sein Schiff und er hängt an ihr, aber ein riesiges magisches Schloss? Man kann's auch übertreiben. Sobald wir den Dschinn haben, muss alles sehr schnell gehen. Ob öffne das Schloss und lass Gold regnen, als ein Wunsch durchgeht? Wir werden's sehen, sobald wir die Öllampe haben. Wenn das Schloss wirklich ein echtes magisches Schloss ist, dürfte der Dschinn unsere einzige Chance sein, es zu öffnen. Vielleicht ist es aber auch nur ein Trick des Roten Piraten. Ich müsste es näher untersuchen. Wir müssen den hässlichen Vogel loswerden. Wenn der Rote Pirat den Alarm hört, könnte mein heldenhafter Einsatz an der Theke umsonst gewesen sein. Wenn das Schloss wirklich ein echtes... Okay, jetzt hatten wir's schon. Der Affe im Palast, hier der Papagei, der Rote bevorzugt wohl tierische Bewacher. Allerdings... Genau, der hässliche Vogel sind mir schon losgeworden. Er ist jetzt unter die Speedrunner gegangen. Ich wüsste nicht, was es noch zu bereden gibt. Vieh und ich... Ganz sicher... Hey, Partner! Was immer du mir da eingeflößt hast, es hat funktioniert. So nüchtern war ich seit Wochen nicht mehr. Das war kein Kompliment. Jetzt ist Teamwork gefragt, Vieh. Nur wenn wir zusammenarbeiten, kommen wir an die Lampe und können diese Insel verlassen. Du lenkst jemanden ab, ich hau ihm eins über den Schädel. Jemand schießt auf mich, du springst dazwischen. Du weißt schon, Teamwork. Bis später. Okay. Oh, wir wollen. Опять Moment. Hm. 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 Ähm. Ich bin nur gerade am überlegen, wie kriegen wir den Affen hier weg. Oh. 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 Das war's. Okay, der mag sein Tuch also. Hmm, hmm, einen wunderschönen guten Abend, Ismeer. Ich hoffe du hattest einen schönen Tag und genießt jetzt den Abend mit ein bisschen baköser Unterhaltung. Hmm, ein Kampfer, ich hab ges- Schwierig. Schwierig. Running Mary. Wow, ganz ruhig. Ich bin nicht kleiner. Nein. Nein. Davon bin ich geheilt. Hm. Hey, fahrt. Ich muss nachdenken. Mach du mal kurz weiter. Mach du mal gut. Puh. Du bist dieses Vieh, Nades Kumpel, oder? Lass mich in Ruhe, ich will schlafen. Oh, warte, warte, ich habe eventuell eine blöde Idee. Oh, warte, warte, ich will schlafen. Oh, warte, warte, ich will schlafen. Ich dachte, ich könnte hier vielleicht die Truhe aufmachen. Das dann einfach in das Fass reinfällt. Aber das scheint nicht so zu funktionieren. Heute Morgen, als ich hier in den Raum reingekommen bin, hatte ich geschmeidige 19 Grad. Bin ich wieder bei 23. Aber es ist noch okay. Höfel, ich bin zu spät. Du hast nicht viel verpasst. Wir haben nur Nate nüchtern gemacht. Und jetzt bin ich am verzweifeln, was wir weiter tun. Wir müssen irgendwie den Affen ablenken und wir müssen irgendwie den Papagei wegkriegen. Erweitere meinen Hirn leer Saft oder so. Irgendwie war das, gell? Hat irgendjemand noch eine Idee? Also wie gesagt, wir können dazu das Tuch wegnehmen. Dann schreit der Papagei allerdings Alarm, Alarm. Wir können mit dem Vieh beim Affen Drinks bestellen, was aber nicht viel bringt. Sobald wir an das Schiff gehen, an das Schloss gehen, versuchen den zu braten. Oder in dem Schloss an irgendwas zu gehen, tun die Tiere anschlagen. Wenn wir bei dem roten Piraten an das Tuch gehen, macht der rote Pirat auf. Irgendwelche Ideen noch. Irgendwelche Ideen noch. Kann etwas ein passieren. Irgendwelche Ideen noch. Bin etwas zu tun. Sehen nicht zu da arbeiten. Doch zwei können Sie nicht zu tun. Boca aus ihrem Schiffņ豎 weiß. Ach, Volk – irgendwas! Ich habe nämlich auch Shader alles gemacht. Hmm. Genau, es ist bestimmt wieder sowas dummes wie mit dem Amboss, wo du nicht auf den Stein draufklicken musst, sondern auf den Amboss, wo auch immer das hinkommt. Ja, es ist bestimmt wieder sowas dummes, wo du nicht auf den Stein draufklicken musst, wo du nicht auf den Stein draufklicken musst. Ja. 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 Das sieht vielversprechend aus. Das ist dumm. Gute Nacht. Ernsthaft. Spiel. Kann das nicht machen, wenn der Vogel auf dem gleichen Screen ist. Kann den Vogel aber vom Screen runternehmen. Und dann das machen, was ich sowieso machen wollte die ganze Zeit. Also, ich weiß nicht, stelle ich mich doof an oder... Jetzt mal ehrlich. Das ist doch genau das, was ich eben gerade erklärt habe, was ich versuche zu tun. Also, meine Herangehensweise, meine Idee war auf jeden Fall schon mal richtig. Umsetzung mangelhaft, aber Idee richtig. Mensch, Monika. Oh, das heißt aber, dass wenn der Vogel jetzt weg ist, ich mit dem Vieh aufs Schiff komme. Richtig? Hklb. 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 So einen wollte ich schon immer mal haben. Der Fez dürfte eine Lieferung für den Klamottenladen sein. Stylische Kopfbedeckungen sind bei Piraten äußerst beliebt. Der Fez dürfte... Nein, er hat schon einen Fez und dieser hier wäre ihm auch zu groß. Oh, oh, warte. Vieh, bestell mal eine Burning Mary bei dem Affen und wir tauschen den Fez aus. Das wäre doch lustig, oder? Das wäre doch lustig. Haha, das tat weh. Sweet. Jetzt müssen wir dich nur noch da rauskriegen. Das ist mein Gott. Richtig. Wie lange brauchst du? Könnte inzwischen... Was wolltest du sagen? Und das ist der Grund, warum man immer einen zuverlässigen Partner haben sollte. Meine Kleinigkeit. Oh, ich hab nicht mit dir gesprochen. Jetzt aber raus hier. Mach dich auf eine Show gepasst, Vieh. Mach dich auf eine Show gepasst, Vieh. Ta-ta. Ta-ta. Ich dachte immer, Djinns seien gottähnliche Supermagier mit gesundem Ego. Oh ja, sie sind toll. Ähm, aber bist du nicht auch ein Djin? Oh, äh, nun ja, das, äh, stimmt natürlich. Also nicht, dass du nicht toll bist. Ich dachte nur, du wärst größer. Meine Brüder sind alle größer. Sie dienen den mächtigsten Herrschern überall im Universum. Mich, ähm, naja, mich haben sie hierher geschickt zum Üben. Sie meinten, in dieser seltsamen Welt fällt es nicht so auf, wenn ich Mist baue. Aha. Mein Name ist Nate. Du kannst mich Meisternake nennen. Wie ist dein Name? Benjamin, Ben Nabil, Tafik, Ben Ekrem, Kamil, Ben Abbas, Ibn Hachi. Gesundheit. Äh, ich nenn dich Benni. Als Djin musst du mir drei Wünsche erfüllen, oder? Ähm, natürlich, klar. Aber? Es wäre schön, wenn, äh, nun ja, könnten wir uns vielleicht auf drei kleine Wünsche einigen. Äh, du meinst, wenn ich mein eigenes Königreich mit unermesslichen Reichtümern haben will, darf es nur ein kleines Königreich sein? Nee. Ermäßliche Reichtümer? Ich, ähm, könnte vielleicht eine Münze... Eine Münze? Ich will eine Elfenprinzessin beeindrucken. Meinst du, ich kann das mit einer Münze? Ich, äh, bin nun mal nicht so gut im Zaubern. Nicht so gut im... Ganz ruhig. Alles zu seiner Zeit. Tief durchatmen. Fangen wir klein an. Öffne das da. Oh. Oh? Das ist nicht so ganz einfach. Nicht ganz einfach? Bitte nicht unter Druck setzen. Ich mag es nicht, wenn man mit mir schimpft. Konzentrier dich und öffne das Ding. Das ist mein Wunsch. Ah. Also gut. Ich hab's geschafft. Alarm! Hast du das gesehen? Alarm! Liebe! Das Schloss? Du solltest das Schloss öffnen. Das ist ein magisches Schloss. Das kann ich nicht. Benny! Sofort! Aber wenn ich was falsch mache... Benni, wie lange kennen wir uns schon? Etwa eine Minute? Und in der Zeit hast du mich nur einmal enttäuscht. Ehrlich? Ja, ich glaube an dich. Du gegen das Schloss. Also... Also gut. Ich kann das erklären. Die Lampe gehört mir. Oh, da können wir gerne drüber reden. Oh oh. Oh oh. Keine Bewegung. Ich wünschte, ich könnte der Aufforderung nachkommen. Wirklich. Ja, den Rest kennen wir schon von ganz vom Anfang. Der Erzmagier behauptet, es gäbe kaum Aufstiegschancen für einfache Bürger. Wer reich ist, bleibt reich und wer arm ist, bleibt arm. Das ist natürlich Blödsinn. Haben Sie das? Blödsinn. Ja, hab ich. Er plädiert für mehr Bildung, auch für die Armen. Was sagen Sie? Zu kompliziert. Ich und meine Partei haben einen einfacheren Weg gefunden. Jedermann kann von morgen zu den Gewinnern des Lebens gehören. Ich präsentiere die Lotterie. Und die Gewinner dürfen dann von der Unterstadt in die Oberstadt ziehen? Der Gewinner. Einmal im Monat schenken wir einem Bürger aus der Unterstadt ein besseres Leben in unserer Mitte. Und Sie werden darüber berichten, Herr Fuchs. Das neue fabelhafte Leben der Gewinner und wie ich es ermöglicht habe. Des Gewinners. Singular. Die erste Ziehung ist morgen. Ich erwarte das groß in der Zeitung zu sehen. Sehr wohl, Madame. Ja, jetzt wissen wir auch, wo die Schule ist. Jemand verletzt? Ist das eine Diorge? Das ist Diorge. Ha, mehr Santiago. Diorge. Der Mann zeigt erstaunlich präzise das Wetter an. Wenn er sich schnell dreht, haben wir stürmischen Wind aus verschiedenen Richtungen. Wenn er einen Schatten wirft, scheint die Sonne. Wenn er nass ist, regnet es. Oder es hat zumindest geregnet. Wenn er sich nicht dreht und weiß ist, ist er eingefroren. So wie im Moment. Wie kann ein einfaches Stück Blech nur all das wissen? Wow. Der gute alte Blechscham. Der Erzmagier lebt nicht mehr ganz alleine im Turm. Er hat einige Famuli, die die Kunst der Magie lernen wollen. Aber es ist schwierig, Erwachsenen Magie beizubringen. Sie wissen, wie sich die Dinge verhalten sollten und was möglich ist und was nicht. Wie sollen sie dann zaubern? Nein, die nächste Generation von echten Magiern wird bei uns in der Schule ausgebildet. In zehn Jahren wird es von ihnen im Magierturm nur so wimmeln. Es war eine ziemliche Überraschung, als eines Morgens plötzlich dieser zweite Turm dort stand. Die Älteren erinnerten sich, dass er auch früher immer da gestanden hatte und dann eines Tages von heute auf morgen verschwunden war. Man hatte sich damals zunächst nicht viel dabei gedacht, da der Turm auch schon früher die Zaubererschule beherbergte. Als er dann aber nicht wiederkam, wuchs die Sorge und man nahm schließlich an, ihm sei etwas zugestoßen. Ich frage mich, wie der Turm unbemerkt an seinen Platz zurückgekommen ist. Magie? Wenn ein Turm erst über die Stadtmauern klettert und dann über die Dächer hoch auf den Stadtberg, hätte das doch jemandem auffallen müssen. Seit Jahrhunderten ist der Erzmagier gleichzeitig der Anführer der freien Völker. Aber Erzmagier Alistair hatte diese verrückte Idee, die Bürger sollten sich selber ihre Anführer wählen. Es sei nicht gut, wenn immer nur die Magier einen neuen Anführer bestimmen, meinte er. Deswegen haben wir in drei Tagen die Wahl und wenn es schlecht läuft, ist Sybil von Duren dann die neue Anführerin der Allianz. Ich bin nicht davon überzeugt, dass die Lotterie eine gute Idee ist. Klar, für den Gewinner ist es eine feine Sache. Aber wäre es nicht Zufall, wenn der Richtige gewinnen würde? Vermutlich werden die Namen aller Bewohner der Unterstadt auf Zettel geschrieben und einer von ihnen gezogen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ratsvorsitzende persönlich den Sieger zieht. Sie will den Leuten zeigen, dass sie ihnen ein besseres Leben bescheren kann. Mhm. Ein Kran. Jorge benutzt den Kran, um den Zoll am Tor zur Unterstadt zu umgehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das erlaubt ist. Das hier oben war schon immer der Hauptumschlagplatz für Waren, die per Luftschiff angeliefert werden. Jorge ist einer der größten Händler der Stadt und seit der Krieg vorbei ist, werden jeden Tag mehr Waren angelandet. Grundnahrungsmittel und dergleichen werden in den Dörfern um die Stadt herum angebaut. Die Bauern bringen sie täglich auf den Markt. Aber sie kommen mit der Produktion kaum nach. Viele Felder sind verwildert und es fehlt an erfahrenen Bauern, gutem Saatgut und Tieren. Diese Waren hier kommen von weiter weg. Es sind meistens Dinge, die im Umland nicht hergestellt werden können. Jorge benutzt den Kran. Ich kann mir nicht vorstellen. Jorge benutzt den Kran. Ich kann mir nicht vorstellen. Der Größe und dem verwendeten Holz nachzuurteilen, befindet sich eine wertvolle Flüssigkeit in dem Pass. Brandwein, glaube ich. Alkohol. In den ersten Wochen nach dem Krieg gab es nicht viel. Doch mittlerweile kann man sich praktisch alles kaufen, was man will. Sofern man genug Gold besitzt. Der Größe... Reden wir doch mal mit Jorge. Hallo Jorge. Hallo Santiago. Ne, nur. Was macht das Geschäft? Könnte besser sein. Ich dachte, jetzt wo der Krieg vorbei ist, brummt der Laden wieder. Tut er ja auch. Aber es könnte besser sein. Warst du heute unten in der Stadt? Wie ist die Lage? Die Spinner übernehmen das Kommando. Du meinst die Protestler? Mehr Gold für alle, fordern sie. Sollen lieber arbeiten, dann haben sie Gold. Aber geht es nicht genau darum? Sie wollen arbeiten, aber es gibt keine Arbeit. Es gibt genug Arbeit. Ich habe ein paar von denen Arbeit angeboten. Ja, aber sie wollen bezahlt werden. Siehst du? Also geht es doch ums Gold. Man reicht den Faulenzern den kleinen Finger und sie wollen gleich die ganze Hand. Und wer soll es bezahlen? Die ehrlichen Händler. Genau. Arbeitet einfach alle umsonst. Beziehungsweise gratis. Nicht umsonst. Arbeitet alle gratis. Mach ich auch. Also, hier. Aber ich habe hier ja wenigstens den Spaß. Und ich habe euch natürlich. Dann stehst du wohl auf Seiten der Ratsvorsitzenden, oder? Worauf du wetten kannst. Alle Händler tun das. Immerhin ist sie eine von uns. Wenn auch nur ein geheiratet. Für Spaß arbeitet ich auch gerne kostenlos. Genau. Ist seit zwei Jahren tot. War der letzte von Buren. Schon sein Vater und dessen Brüder waren Vollblutkaufleute. Haben aus dem großen und mächtigen Handelskonzern ihrer Eltern einen noch größeren und noch mächtigeren Handelskonzern gemacht. Die Faburans wussten, wie es geht. Und die Witwe weiß es auch. Sie kennt die Nöte der Händler und wird sicherlich die Steuern senken. Zahlst du denn überhaupt Steuern? Das nicht. Aber zu hoch sind sie trotzdem. Was hältst du von der Lotterie? Clever, oder? Wie meinst du das? Naja, man muss dem Pübel doch das Gefühl geben, sie könnten es auch schaffen. Richtig? Was schaffen? Einer von uns zu werden. Solange jeder da unten glaubt, seine aktuelle Situation sei nur ein vorübergehender Zustand, auf dem Weg zu Ruhm und Reichtum, lassen sie uns in Frieden. Aber einige schaffen es doch tatsächlich. Ja, genau. Das ist die richtige Einstellung. Jeder kann es schaffen, wenn es sich nur genug anstrengt. Wie es aussieht, ist dein Kran fertig. Und ab. Endlich kann ich Waren direkt zu meinem Stand hinablassen. Das spart den Zoll und das Bestechungsgeld für die Stadtwache unten am Tor. Ist das denn legal? Keine Bestechungsgelder bezahlen? Weiß nicht. Aber in der heutigen Zeit muss man sehen, wo man als ehrlicher Händler bleibt. Ich muss weiter, Jorge. Genau, als ehrlicher Händler. Ja, schon wieder Santiago. Der war ja auch im ersten Teil schon Santiago-Cismas. Deswegen habe ich ihn ja auch begrüßt mit guten Morgen, Santiago. Oh, es hat sich was getan hier unten. Ja, der Papagei war auch, Santiago. Tre рядом. Ja, glaube ich. Wie ist das? Oh, es geht respecting. Da geht's. O headline. Und clap. ist die lösung und was ist das hier hey erzmagier allister ist ein verräter er benutzt das artefakt des schicksals für eigene zwecke anstatt damit allen zu helfen und hier freunde des erzmagiers behaupten er hätte nie im krieg gedient außerdem ist er nicht im seefeld geboren das stimmt doch alles gar nicht finde es sehr schön der tod ist angetreten unter dem motto tod für alle das ist das wappen der stolzen stadt hauptstadt der allianz und größte stadt aventasiens seit all die flüchtlinge ihr lager vor den toren aufgeschlagen haben ist die stadt größer als jemals zuvor seefelds wurde im krieg nie eingenommen die stadt hat dicke mauern und erhebt sich über 200 meter in die höhe wie ein turm deswegen nannte man den großen krieg auch den krieg der zwei türme seefelds gegen den dunklen turm der erzhexe mordroga er der ringe die zwei türme als sie das oh gruselig das gefängnis ich beeile mich immer schnell an diesem fenster vorbeizukommen hallo ist da jemand worauf du einen lassen kannst mein name ist wilbur wetterquartz und wer bist du wilbur wetterquartz guter deckname nenn mich mister x meine freunde nennen mich x kann ich gewitze ja seltsamer name warum bist du eingesperrt man will mich aus dem weg haben ich weiß zu viel aber nur weil man schlau ist wird man doch nicht eingesperrt wenn man die falschen dinge Er weiß schon, wir werden beobachtet. Von wem? Sie beobachten uns. Wer sind Sie? Die, die uns beobachten. Einige nennen mich Paranoid, aber nur weil ich Paranoid bin, heißt das nicht, dass es Sie nicht gibt. Er beobachtet uns Sie. Wer sind Sie? Die, die uns beobachten. Das ist ungefähr auf dem gleichen, auf einer Stufe mit, umgehe, was kostet denn das hier? Das, was drauf steht. Und was steht da drauf? Das, was kost. Wie lange sitzt du schon im Gefängnis? Ein paar Tage. Aber ich vermute, dass man mich nie wieder gegen lässt. Ich bin ein politischer Gefangener. Man will mich mundtot machen. Sag es allen. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Hier? In Siepfels? Ähm, ja. Vielleicht. Meinst du wirklich, dass man dich lange da drin lässt? Vor der Wahl wird man mich zumindest nicht laufen lassen. Die Ratsvorsitzende will Stärke demonstrieren. Und was nach der Wahl passiert, steht in den Sternen. So oder so, ich warte nicht darauf, dass irgendein Gericht über mich urteilt. Ich werde ausbrechen, sobald ich Gelegenheit dazu habe. Tja, dann, ich muss weiter. Pass auf dich auf, Alter. Die Statue zeigt irgendeinen berühmten Ritter. Er hat bereits beide Beine und sein Schwert im Kampf verloren. Aber sein Kampfeswille ist ungebrochen. Das Tor zur Unterstadt ist verschlossen. Das ist neu. Normalerweise kann man bis spät in die Nacht hinuntergehen. Das Tor zur... Das ist... Hallo, Herr Schildträger. Wenn das nicht der kleine Wetterwurz ist. Wetterquarz für Sie, Herr Schildträger. Professor Wetterquarz sogar. Oh, eure Lordschaft. Verzeiht, dass ich nicht niederknie. Wie ich sehe, sind Sie immer noch der Hauptmann der Stadtwache. Hauptmann und Ihr einziges Mitglied. Warum gibt es nicht mehr Wachen? Sie können alleine doch unmöglich für Ordnung sorgen. Die Ratsvorsitzende sieht das anders. Sie wollte unbedingt mich für diesen Posten. Nichts ist wichtiger als Loyalität, hat sie gesagt. Wie sieht es in der Unterstadt aus? So ähnlich wie hier. Nur dreckiger und alles ist kleiner. Was ist mit den Flüchtlingen, meine ich? Keine Ahnung. War vor ein paar Wochen das letzte Mal unten. Von hier oben sieht es aus, als würde die Zeltstadt kaum noch wachsen. Entweder kommen weniger neue Flüchtlinge an, oder der Platz ist einfach voll. Gehört die Unterstadt nicht auch zu ihrem Zuständigkeitsbereich? Man kann ja wohl kaum von mir erwarten, dass ich da runtergehe. Da unten wimmelt es von Verbrechern. Aber... Ist die Stadt wie Arache doch da? Barrikaden errichtet. Selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht ins Zelt lagern. Okay, Barrikaden. Das heißt, wir kommen aber mit dem Kram von Jörgen nach unten. Warum ist das Tor geschlossen? Ich möchte in die Unterstadt. Ausgangssperre. Nach Einbruch der Dunkelheit dürfen Bewohner der Oberstadt nur noch mit spezieller Erlaubnis die Unterstadt betreten. Wer hat sich denn das einfallen lassen? Von Buren. Ratsvorsitzende von Buren. Selbstverständlich. Sie ist besorgt um das Wohlergehen der Oberstadtbewohner. Und so eine Erlaubnis bekomme ich wo? Von Buren. Heute nirgendwo mehr. Morgen kannst du ins Rathaus gehen und da einen Antrag stellen. Aber ich bin heute Abend mit Remy im Gasthaus verabredet. Pech! Was hat es mit der Statue da auf sich? Das ist der Schwarze Ritter. Er dient als Inspiration für junge Soldaten der Stadtwache. Er soll sie motivieren, tapfer bis zum letzten Tropfen Blut zu kämpfen. Wer war er? Das weiß niemand. Als man ihn fand, war er schrecklich zugerichtet. Aber er hatte immer noch die Kampfeslust in den Augen. Dort drüben hängen Plakate, die Unwahrheiten über den Erzmagier verbreiten. Und? Es sind Lügen. Jeder kann sie lesen und ein paar glauben sie vielleicht sogar. Was will man machen? Lügenfresse. Lügenfresse. Ich würde es selber machen, aber ich habe kein Wasser und keinen Spachtel und es ist Ihre Aufgabe. Also schön. Morgen. Jetzt habe ich zu tun. Was hast du zu tun? Was haben sie zu tun? Ich bewache die Stadt. Ich bin die Stadtwache. Der Kran von Jorke, dem Händler, ist endlich fertig, wie es scheint. Schon seit zwei Tagen. Hat gestern und heute massig Sachen rauf und runter befördert. Und Sie haben die Waren kontrolliert? Warum sollte ich? Wird nicht für Alkohol, Pfeifenkraut und noch ein paar andere Dinge zollfällig, wenn man sie von der Oberstadt in die Unterstadt schafft? Ist klar. Ist klar. Jorke prellt also den Staat um seine wohlverdienten Steuern, weil er Waren in die Unterstadt schmuggelt, hast du gesagt? Wollen Sie ihm den Kranbetrieb verbieten? Nein. Jorke und seine Händlerkollegen haben viel Einfluss. Außerdem. Von einem Verbot hat doch niemand etwas, oder? Hm. Nein, ich habe eine andere Idee. Nur wie stelle ich das an? Was wollen Sie gegen den Schmuggel unternehmen? Jemand müsste eines von Jorkes Alkoholfässern markieren und es dann von der Unterstadt aus bestellen. Sollte das markierte Fass dort noch heute Nacht auftauchen, ohne dass Bestech... Äh, äh, Steuern dafür gezahlt wurden, haben wir den Beweis. Dass Bestechungen dafür bezahlt wurden. Können ja nicht nicht clever sein, Herr Schildscher. Das Problem ist nur, ich kann hier nicht weg. Ich muss die Stadt bewachen, du verstehst schon. Aber du, du kannst deine Bürgerpflicht erfüllen und der Stadtwache behilflich sein. Bürgerpflicht? Ich soll ihren Job machen. Natürlich nicht umsonst. Was willst du für deine Hilfe? Pony. Ich hätte gerne freien Zugang zur Unterstadt. Einen Augenblick dachte ich, du würdest ein Pony oder etwas ähnlich Sinnloses haben wollen. Wie kommen sie denn darauf? Du sagst manchmal... Evaded. Ist dir das noch nie aufgefallen? Ja, aber ein Pony? Gib's zu. Du hast kurz drüber nachgedacht. Nein, keine Sekunde. Vielleicht. Aber ich hätte trotzdem lieber freien Zugang zur Unterstadt. Ausgezeichnet. Du hilfst mir, Jorge zu überführen und erhältst dafür den Schlüssel zum Tor. Abgemacht. Alle teuren Geschäfte in Seefels befinden sich hier in der Oberstadt. Diese Bäckerei macht die feinsten Torten, die leckersten Kuchen und die verführerischsten Pralinen. Zum Glück habe ich nicht genug Geld, um mir jeden Tag eine Leckerei zu kaufen. Ich würde bald nicht mehr in meine leere Robe passen. Ist das nicht Folter? Die Bäckerei hat schon geschlossen, aber im Schaufenster zeigt sie, was man alles genießen könnte, wenn sie geöffnet wäre. Der Abfluss dürfte direkt in die Kanalisation von Seefels führen. Ich würde gerne behaupten, die Kanalisation in dieser Stadt sei ein clever ausgetüfteltes Wunderwerk der Ingenieurskunst. Diese aber nicht. Doch in Wahrheit stinkt es hier im Hochsommer atemberaubend. Fast jedes Haus in der Oberstadt hat einen Abfluss, der in die Kanalisation führt. In der Unterstadt sieht das anders aus. Viele Bewohner kippen ihr Abwasser einfach auf die Straße und vertrauen darauf, dass es schon irgendwie unten ankommt. Mh, lecker! Ja! Ist das nicht Folter? Erledigt! Hallo, Jo! Leben! Wenn der Kran bis in die Unterstadt reint, dann könntest du mich doch beschweren. Bestimmt dorthin hinablassen, oder? Klar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt ein Haken kommt. Nein, kein Haken. Du zahlst mir, hm, drei Goldstücke und ich lasse dich hinunter. Ein ganz einfaches Geschäft. So viel habe ich nicht. Ach, erzähl mir doch nicht. Könntest du mich nicht vielleicht auch einfach so herunterlassen? Mh, das habe ich mir schon gedacht. Schade. Wenn du den Zoll umgehst, hast du keine Angst, dass der Schildträger dir auf die Schliche kommt? Anton? Der ist nicht gerade das hellste Licht am Firmament. Er heißt Anton. Immerhin ist er der Hauptmann der Stadtwache. Er kann seinen Ellenbogen nicht von seinem Hintern unterscheiden. Von Buren wird ihn absägen, sobald sie die Wahl gewonnen hat. Als Anführer will man keine dämlichen Speichellecker um sich haben. Man will kluge Speichellecker. Die Dämlichen verplappern sich zu oft. Warum erzählst du mir eigentlich so freimütig all diese Sachen? Das mit dem Zoll, mit Herrn Schildträger, der Ratsvorsitzenden. Du bist doch einer von uns. Lebst in der Oberstadt, bist Professor an der Zaubererschule. Hey, erzähl mal. Du hast doch den Erzmagier bestimmt ordentlich bluten lassen, oder? So als einziger zur Verfügung stehender Diplommagier. Wahrscheinlich bekommst du jeden Monat ein Gewicht in Gold aufgewogen. Ich bekomme einen Apfel. Und so gerne rede ich nicht darüber. Hehe, kann ich verstehen. Am Ende wollen die anderen noch etwas vom Kuchen abhaben. Ich muss weiter, Jorge. Also er arbeitet effektiv auch fast für umsonst. Bekommt ein Apfel. Wow. So, Ferdischmark hier. Herr Professor? Ich habe ein Fass Brandbein von Jor gemarkiert. Ausgezeichnet. Dann geh runter in die Unterstadt und bestelle ein Fass. Mal sehen, was passiert. Dann brauche ich jetzt keine Sondergenehmigung mehr? Nein, du bist in offizieller Mission der Stadtwache unterwegs. Sweet. Dann gehen wir in die Unterstadt. Okay, das sieht jetzt so aus wie... ...da, wo die Schildwache die ganze Zeit war. Das ist Jorges Verkaufsstadt. Tagsüber verkauft er hier alles, was es in der Unterstadt nicht gibt und was einen ordentlichen Profit einbringt. Es ist gerade mal etwas über ein Jahr her, dass ich zum ersten Mal vor diesem Tor stand. Herr Schildträger wollte mich nicht in die Oberstadt zum Erzmagier vorlesen. Na, da hat er gesessen. Ich musste mir das Recht auf eine Audienz erst verdienen, indem ich Diplom-Magier wurde. Die meisten Händler und alle Bauern aus der Umgebung verkaufen ihre Waren unten auf dem großen Markt. Aber Jorges hat sich diesen Platz hier gesichert. Nur hier kann er die Waren direkt per Kran aus der Oberstadt anliefern. Da ist er krank, quasi. Herr Schildträger wird mich bestimmt nicht wieder in die Oberstadt lassen, solange ich nicht Beweise für Jorges Alkoholschmuggel habe. Ich habe diese seltsame Trennung zwischen Ober- und Unterstadt nie verstanden. Die Oberstadt ist wie eine Stadt in der Stadt, mit eigenen Mauern und einem eigenen Tor. Zwar arbeiten Leute aus der Unterstadt dort oben, doch abends gehen sie in die Unterstadt, weil sie sich oben die Mieten nicht leisten können. Mit meinem einen Apfel pro Tag würde ich dort oben auch nicht weit kommen. Zum Glück wohne ich kostenlos in der Schule. Das Plumpsklo wurde ebenfalls von Jorges errichtet. Er hat diesen ganzen Streifen an der Stadtmauer gemietet, hat Remy erzählt. Vielleicht konnte er den Gedanken nicht ertragen, seinen Stand für ein paar Minuten am Tag unbeaufsichtigt zu lassen. Genau, dann kann er sich den Stand wenigstens vom Scheiß aus angucken. Hm. Da hängt ein dickes Vorhängeschloss an der Tür. Würde ich nicht wissen, wem das Plumpsklo gehört, fände ich das vielleicht seltsam. Ich bin mir sicher, man kann sich den Schlüssel für eine kleine Gebühr von Jorges abholen. Aha, musst du auch noch fürs Kacken bezahlen. Herr Schildträger wird mich bestimmt nicht... Ja, okay. Normalerweise erwacht die Stadt im ersten Morgengrauen. Dann ist Jorges zur Stelle und verkauft seine Waren, bis es dunkel wird. Er ist fleißig, das kann man nicht anders sagen. Ob er allerdings morgen auch so früh öffnet, weiß ich nicht. Die Barrikade dürfte das Große seiner Kundschaft fernhalten. Hm, eine Holzkiste mit altem Werkzeug. Irgendwelche Metallklammern, ein Hammer, etwas Draht. Vermutlich benutzt Jorges den Kram, um seinen Stand abzusichern. Ich nehme den Hammer. Stop. Metall. Hier kommt also der Kran an. Und da oben, etwa zehn Meter über mir, sitzt Jorges auf seinen Kisten. Psst. Mein Name ist Guybrush und ich möchte Pirat werden. Den hatten wir schon im ersten Teil dieser Anspielung. Hier ist Anton und ich will über mein Bestechungsgeld reden. Ich bin Zwillbo und ich möchte ein Pony. Nein, ich bin Guybrush und ich möchte Pirat werden. Hallo? Ich sagte... Ja, ich habe dich gehört. Ich kann nur nicht glauben, dass du mit diesem alten Gag kommst. Ich... Entschuldigung. Also, wer bist du und was willst du? Ich bin's, Wilbur. Wilbur? Komm hoch, wenn du was von mir willst. Aber ich will... Also, ich hätte gerne... Ach, vergiss es. Mist, ich war zu nervös. Ja, ist klar. Aha, haha, hübsch. Die Gasse ist, glaube ich, neu. Seefels ist über die Jahrhunderte ziemlich chaotisch gewachsen. Es gibt Türen, hinter denen sich nur Mauern befinden, Treppen, die ins Nichts führen. Vielleicht sollte hier irgendwann mal ein Haus hin, aber dann haben die Baumeister die Idee verworfen. Vor den Toren der Stadt leben im Moment mehr Leute als innerhalb ihrer Mauer. Die meisten von ihnen sind Flüchtlinge. Es gab Tage, da reihte sich ein solcher Wagen an den nächsten und die Straße war bis zum Horizont mit ihnen gefüllt. Das ist einer der Zugänge in die unterirdische Welt der Ratten. Die Ratten sind eine der größten Bevölkerungsgruppen in der Stadt. Aber viele sehnen ihnen keine echten Bürger und sie haben nicht viele Rechte. Remi und der Erzmagier versuchen das schon lange zu ändern. Aber manche meinen, die Ratten seien illegal in die Stadt gekommen und nicht viel besser als Ungeziefer. Als Seefels am Ende des Krieges beinahe eine Geisterstadt war und die Ratten nicht genug Nahrung fanden, habe ich ihnen geholfen. Seitdem sind wir Freunde. Seit Remi Geheimdienstchef geworden ist, sehe ich ihn allerdings nicht mehr so häufig wie früher. Also macht er seinen Job gut. Dieser Karren steht schon lange hier. Seltsam, dass er weder für die provisorische Zeltstadt noch für die Barrikaden benutzt wurde. Früher war das hier rechts das Gasthaus und links daneben die Zaubererschule von Meister Markus. Aber nach dem Krieg kamen so viele Leute in die Stadt, dass ein größeres Gasthaus benötigt wurde. Meister Markus hat seine alte Zaubererschule gern verkauft. Veränderung ist gut, hat er mir mal gesagt. Das ist die erste und beeindruckendste Straßenbarrikade, die ich jemals gesehen habe. Neben war Jorgi immer. An der Feuerstelle wärmen sich in kalten Nächten normalerweise Bürger und Besucher des Gasthauses. Papier, Holz, alles ist da. Nur niemand, der sich aufwärmen will. An der Feuerstelle... Papier? Irgendjemand hat einen Eimer mit Wasser neben die Feuerstelle gestellt. Normalerweise wird in Seefeld Sicherheit nicht groß geschrieben. Aber bei einem Feuer zwischen all den Holzhäusern wird schon mal eine Ausnahme gemacht. Die Protestler haben alles, was sie gerade finden konnten, zu einer hohen Mauer aufgetürmt. Ohne einen Troll kommt dann niemand durch. Das hier sieht aus wie eine Klappe. Hallo? Sprichst du etwa mit dem Feind? Wer seid ihr denn? Mein Name ist... Wenn du jedem Agenten der Regierung unsere echten Namen verrätst, gefährdest du die ganze Organisation. Wir freuen uns schnell. Ha, mein Name ist... Peter. Nein, Paul. Neben mir steht... Joko. Dein Name ist Paul? Aber du bist doch eine Frau. Der Schiff ist eine von den Patriarchischen Gesellschafts-Eliten-Amtsfinier-Defektion. Oh, das wusste ich nicht. Du hörst es erst. Es war LGBTQ bevor es cool war. Was protestiert ihr denn? Wir protestieren gegen Ausnutzung, gegen Diskriminierung, gegen Armut und gegen die Zerstörung der Umwelt. Wow, das sind wirklich alles wichtige Themen. Was wollt ihr unternehmen? Äh, wir tun doch schon was. Wir fordern, dass sich etwas ändert. Wir haben eine Unterschriftenaktion gemacht. Und wir stellen einen Forderungskatalog auf. Es gab da einige Verzögerungen wegen der Gender-Neutralität. Wie weit bist du? Liebe Kämpferinnen, liebe Sympathisanten und Innen, liebe Brüderinnen und Schwestern. Ähm, um nochmal auf das Dinge ändern zu kommen. Brüderinnen. Wenn du einen Unterschied machen willst... Brüderinnen ist cool. Brüderinnen mag ich. Dann weiß jeder, dass du unsere Sache unterstützt. Ich habe in der Oberstadt mit einem Gefangenen gesprochen. Der gehört zu euch, oder? Ein Opfer der Staatsmacht. Unser erster Merkführer. Doch ist er nicht tot. Und wenn er den Kuchen bekommen hat, wird er bald wieder bei uns sein. Kuchen? Wenn ihr für Veränderungen und Gerechtigkeit seid, gebt ihr vermutlich Erzmagier Alistar eure Stimme, oder? Puh, die Wahl ist ein Witz. Ein korrupter Politiker wird durch einen anderen ersetzt, und im Hintergrund ziehen immer dieselben Leute die Fäden. Bei der Ratsvorsitzenden mag das so sein. Aber beim Erzmagier? Big Mana hat ihn doch voll in der Tasche. Genau. Der magisch-industrielle Komplex, der auch schon für den Krieg verantwortlich war. Also, stellt ihr einen eigenen Kandidaten auf? Ach was, das hat doch keinen Sinn. Wir tun das Einzige, das zum Erfolg führen wird. Wir protestieren. Alles klar. Vielleicht kann ich ja dem Erzmagier einige eurer Forderungen mitteilen, und wir schauen, was sich umsetzen lässt. Wir fordern, dass in Aventasien niemand mehr ärmer sein darf als der Durchschnitt. Ist das mathematisch nicht unmöglich? Keine Falsch. Wenn jeder Bewohner exakt gleich viel Gold bekommt, ist niemand ärmer als der Durchschnitt. Hm. Aber wenn jeder die gleiche Menge Gold bekommt, ohne etwas dafür tun zu müssen, warum sollte sich dann noch jemand anstrengen, um das Gold zu verdienen, das dann verteilt werden kann? So etwas kann nur jemand schicken, das den reichen Eliten gehört. Genau. Die reiche Elite. Ich kriege einen Apfel am Tag. Habt ihr die Barrikade gebaut? So ist es. Gefällt sie dir? Ja, ist schön. Aber sie versperrt irgendwie die ganze Straße, oder? Wir lassen euch da oben aufrotteln, bis ihr uns gebt, was wir wollen. Ähm, die Oberstadt wird durch Luftschiffe versorgt. Wir weichen keinen Schritt, bis ihr hungernd und frierend vor uns steht. Aber wir haben genug zu essen. Und wenn mein Hasenscharf nicht immer mein Bett beschlagnahmen würde, müsste ich auch nie frieren. Habt ihr doch gesagt, das funktioniert so nicht. Wir protestieren hier, und ihr könnt nichts dagegen tun. Alles klar bei euch in der Unterstadt? Könnte nicht besser sein. Das Feuer des Protests lodert hell. Die Menschen werden zusammengeschweißt durch die gemeinsamen Heerenziele. Und aus Platzmangel. Warum habt ihr die Barrikade hier errichtet und nicht oben am Stadttor? Das hätte euch jede Menge zusätzlichen Platz verschafft. Und außerdem wäre dann das Gasthaus auf unserer Seite. So kann man unsere Barrikade besser sehen. Die Eliten sollen zittern vor unserer Entschlossenheit. Ich glaube nicht, dass sie das tun. Du versuchst offensichtlich einen Kreis zwischen uns zu treiben, Agent. Nicht du. Wir wollen versuchen uns zu sabotieren. Wir kommen an. Es ist ein gutes Zeichen. Ich muss weiter. Weirde Leute. Er wird niemals enden. Kannst du die Leute singen? Singen eine Song von Angry Man. Oh, unsere Ogre-Freunde und Remy. Wow. Ein zweiköpfiger Ogre. Von denen habe ich gehört. Ich hätte nie gedacht, dass ich einen von denen mal im wahren Leben sehen oder riechen würde. Guten Tag. Kleines Männlein. Aber Grump, das ist ein Gast. Willkommen, edler Herr. Wie können wir Ihnen behilflich sein? Du bist ein zweiköpfiger Ogre, nicht wahr? Nun, ich bin ein Ogre. Und ich auch. Also, seid ihr zwei Ogre? Mein Name ist Sloth. Magier, Philosoph, Gelehrter. Schwätzer, du bist. Das da ist Grump, mein Bruder. Er ist... Schläger sein. Ich sage kaputt, Kloppen. Ich mache es kaputt. Und, gehört euch das Gasthaus? Ich habe es gekauft. Grump ist nur mein Angestellter. Grump auch gekauft. Ja, aber dann hast du deine Hälfte beim Poker verspielt. Jetzt gehört alles mir. Grump geben seine Hälfte nicht her. Grump verkloppen Sloth, wenn er versuchen wegzunehmen. Wenn du mich anfasst, lasse ich dich ins Gefängnis werfen. Hm, wie funktioniert das? Dürft ihr bei der Wahl eine oder zwei Stimmen abgeben? Man sollte meinen, da wir zwei Stimmen haben, sollten wir auch zwei Stimmen abgeben dürfen, nicht wahr? Der Stadtrat sah das leider anders. Und wen wollt ihr jetzt wählen? Erzmagier Alistair natürlich. Ratschor? Frau, Frau Van Buren, kleine Frau, sagt wie es ist. Grump mag es gerne unkompliziert. Steuern runter, mehr Arbeit für alle, Seefels Nummer eins. Aber du glaubst nicht daran. Mir wäre es auch lieber, wenn Probleme schneller gelöst würden. Aber Van Buren bedeutet Stillstand oder Rückschritt. Beides hat noch nie geholfen. Die Jacke da über dem Stuhl scheint jemand vergessen zu haben. Oh, sie gehört einem jungen Gast. Er, nun ja, geriet in einen Streit mit Herrn Schildträger von der Stadtwache und wurde inhaftiert. Raudi, gleich wegsperren. Was ist passiert? Er trank gemächlich sein Bier. Schildträger trat ein, erkannte in ihm einen der Protestler und forderte ihn auf, seine Taschen zu leeren. Der junge Mann weigerte sich, meinte, er hätte nichts verbrochen und würde sich nicht einfach durchsuchen lassen. Dann päng, knüppel und eingesperrt. Und die Jacke? Hängt seitdem dort. Wir behalten sie als Pfand, bis er sein Bier bezahlt hat. Dann macht's gut, ihr zwei beiden... äh, einen. Auf Wiedersehen. Ihr zwei beiden einen. Der Rollenspielautomat. Mit unserem Lieblingssatz aus Teil 1. Jetzt alle zusammen auf 3. 3, 2, 1. Finanza. Ach, ja. Finanza. Als Kamin macht das Ding eine gute Figur. Und auch der Eberkopf aus dem alten Gasthaus hat seinen Platz gefunden. Ich muss sagen, mir gefällt die Kneipe insgesamt sehr gut. Hoffen wir, dass ich hier in ein paar Tagen mit Remy und dem Erzmagier auf den Wahlsieg anstoßen kann. Ich bekomme die Krise mit meinem Server. Genau. Remy sieht müde aus. Ich glaube, der Wahlkampf und die aktuelle Situation in der Stadt machen, ihn zu schaffen. Hallo, Remy. Wenn das nicht der neue Star-Professor der Zaubererschule ist, wie war dein erster Tag, Wilbur? Ach, frag lieber nicht. Doch, ich frage aber. Du bist mein Freund und du siehst alles andere als zufrieden aus. Was ist los? Um so langer Konfix rum, ist er explodiert. Direktor Bloch ist ganz gemein. Ich habe so ein ähnliches Problem mit meinem Microcontroller. Ich habe alles richtig angeschlossen und er funktioniert trotzdem nicht. Aber dann hat er mir noch andere, viel schwierigere Aufgaben gegeben. Und selbst wenn ich die Nacht durcharbeiten würde, könnte ich sie nicht alle erledigen. Niemand könnte das. Interessant und seltsam. Wenn er dich als schlechte Wahl des Erzmagiers darstellen wollte, dürfte er dir keine Aufgaben geben, die ganz offensichtlich nicht zu schaffen sind. Die Leute würden bemerken, was für ein Spiel gespielt wird und der Trick könnte nach hinten losgehen. Ist dir sonst noch etwas aufgefallen? Ja. Ich habe Direktor Bloch im Lehrerzimmer überrascht, als er in einer Schreibtischschublade herumwühlte. Aber als ich ihn angesprochen habe, hat er sich erschrocken. So, als hätte ich ihn bei etwas ertappt. Er wollte nicht, dass du siehst, wie er an seiner eigenen Schreibtischschublade herumhantiert? Hm. Interessant, oder? Erst die Sache mit den unlösbaren Aufgaben und jetzt die Schreibtischschublade. Irgendetwas stimmt da nicht. Sehe ich auch so. Du siehst auch nicht gerade zufrieden aus. Harter Tag? Harte Woche. Ich bin besorgt um die Sicherheit des Erzmagiers. Die Lage in der Stadt ist explosiv. Er ist heute auf offener Straße beschimpft worden, als er unten in einem Feldlazarett nach dem Rechten gesehen hat. Aber das waren nur aufgestachelte Spinner. Ich mache mir Sorgen um den einen Attentäter, der genug Köpfchen, Ressourcen und Willen hat. Jemand wie Direktor Bloch? Schwer vorzustellen, aber nicht auszuschließen. Wir brauchen mehr Informationen. Die Ratsvorsitzende stand oben an dieser neuen Lostrommel und hat einem Reporter die morgige Ausgabe des Ausgucks in den Blog diktiert. Hm, ja. Sie hat den Ausguck in der Tasche. Miststück. Sehr ehrgeizig, hartnäckig und skrupellos. Eine gefährliche Mischung. Kommt aus einfachen Verhältnissen und hat sich an den alten Van Buren rangemacht. Wollte ihn zu allerlei neuen Geschäften und zu einer politischen Karriere überreden. Viele sagen, er sei so früh gestorben, weil er endlich seine Ruhe haben wollte. Ich finde die Backgroundmusik gerade ziemlich chillig. Und wie wurde sie dann zur aussichtsreichsten Herausforderin des Erzmagiers? Der Erzmagier hätte gern das wichtige Regierungsposten nicht mehr automatisch an die reichsten Bürger gehen, sondern an die kompetentesten. Vom Volk gewählt. Und das schmeckt dem Adel und den Händlern natürlich nicht. Sie spuckten Gift und Gala, als sie davon erfuhren, aber sie konnten zunächst nichts ausrichten. Der Erzmagier war zu populär, unantastbar. Doch dann kam Sibyl van Buren und hatte einen Plan. Man sollte der Wahl zustimmen und ihr ein Jahr Zeit geben. Ein Jahr, indem sie dem Erzmagier Steine in den Weg legte und seine Politik sabotierte, wo sie nur konnte. Ihr einziges Ziel war es, ihn schlecht aussehen zu lassen. Bei den Göttern würde ich es verabscheuen, wenn sie damit durchkäme. Aber wir werden die Wahl doch gewinnen, oder? Der Erzmagier, meine ich. Van Buren hat all ihre Ressourcen genutzt. Mächtige, reiche Freunde. Versorgt mit wichtigen Posten. Der Seefelsausgut. Die einzig verbleibende Zeitung der Stadt. Einfache Slogans, einfache Lösungen. Patriotismus und Dressapurals. Könnt ihr nachher mal gucken, wenn ich ein bisschen in den Game-Dateien rumwühle, ob ich vielleicht ein P3 von der BGM-Gameraß ausfinde. Der Erzmagier ist eine Stimme zu viel. Aber die Dummheit hat noch nicht gesiegt. Warum wiert sich der Erzmagier nicht stärker gegen die Ratsvorsitzende? Warum erzählt er nicht allen von ihren Machenschaften? Er will, dass sich möglichst viele bei der Lösung unserer Probleme beteiligen. Er will keine Lager, die sich gegenseitig an die Kehle springen. Aber ich weiß nicht, ob das gelingt. Die Leute beginnen, sich mit den Zuständen abzufinden. Sie geben alles und jedem die Schuld und sie versuchen nicht einmal mehr, etwas zu verändern. Ich habe den Erzmagier danach gefragt. Und weißt du, was er gesagt hat? Stillstand ist bequem, deswegen bevorzugen ihn viele. Fortschritt erfordert, anstrengend. Was wäre das für eine Welt, wenn es himmelschreiende Ungerechtigkeit gäbe Ich glaube auch nicht, dass es noch ein Standalone-Soundtrack gibt. Aber normalerweise ist das bei so älteren Spielen immer, dass du halt irgendwo eine MP3- oder eine Waffdatei hast, die dann halt einfach da hinten mit Slashloop dann einfach rund geht. Wie geht's weiter? Behalten wir Direktor Bloch im Auge und warten ab, was passiert? So kurz vor der Wahl? Ein Unterstützer der Ratsvorsitzenden, der sich verdächtig verhält und das in der Nähe des Erzmagiers? Nein, zu hohes Risiko. Wir können nicht warten. Also, schaust du dir die Sache mal an? Pff, ich würde gerne, aber... Vielleicht ist genau das ihr Plan. Ein offiziell-inoffizieller Mitarbeiter des Erzmagiers schnüffelt im Büro eines seiner politischen Gegner herum. Wäre nicht gut, wenn das herauskäme. Ein Skandal erster Güte. Aber wenn ein Lehrer im Lehrerzimmer ein Formular sucht. Ein Lehrer, der in der Schule ist, weil der Direktor ihm dort Aufgaben gegeben hat. Tch, normalerweise würde ich versuchen, dich davon abzuhalten. Aber ich weiß, dass das nicht klappt. Der Erzmagier ist morgen zu Besuchen der Schule. Wenn seine Gegner etwas planen, müssen wir sie heute Nacht entlarven. Ich mach's. Ich seh mich um. Falls ich was entdecke, melde ich mich bei dir. In Ordnung. Aber sei vorsichtig, Wilbur. Erzmagier Alistar hat mir eine magische Schiefertafel geschenkt. Hm, das sieht ihm ähnlich. Er mag magische Spielereien. Vielleicht ist es nicht nur das. Die Tafel hat mir geraten, einen Golem zu bauen, der mich bei der Arbeit unterstützt. Einen Golem? Sie sind sehr stark und er könnte mir viel Arbeit abnehmen. Ja, aber ich denke gerade an etwas anderes. Überleg mal. Wir sind uns darüber einig, dass der Erzmagier der mächtigste lebende Zauberer ist. Natürlich. Niemand könnte ihm mit einem magischen Angriff auch nur ein Haar krümmen. Aber rohe Gewalt? Ein Stein auf den Kopf? Ein Messer in die Rippen? Das wäre eine Möglichkeit. Aber jetzt stell dir vor, er hat einen Leibwächter. Einen großen Kerl. Steinhard. Du meinst mich? Sicher, ich bin etwas gewachsen, aber so... Nein, ich meine einen Golem. Ach so. Selbst ein Troll würde an einem Golem nicht vorbeikommen. Und das Beste? Golems sind absolut loyal. Sie können gar nicht anders, als den Befehlen ihres Meisters zu gehorchen. Und wenn ich ihm befehle, den Erzmagier mit seinem Leben zu verteidigen? Dann wird er genau das tun und niemand wird an ihm vorbeikommen. Das klingt fantastisch. Bekommst du das hin, einen Golem zu bauen und zum Leben zu erwecken? Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Dann kann er erst die doofen Aufgaben vom Direktor erledigen und anschließend den Erzmagier bewachen. Der Direktor und die Ratsvorsitzende haben sich mit dem falschen Gnom angelegt. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Ich baue einen Golem-Leibwächter für den Erzmagier und schaue mich im Büro des Direktors um. Genau. Und sobald du etwas Ungewöhnliches entdeckst, sagst du mir Bescheid. Keine Heldentaten, Wilbur-Wetter-Quarz. Ich passe schon auf. Ich gehe zurück in den Untergrund. Ich will herausfinden, was es mit dieser dunklen Magie auf sich hat, die der Erzmagier seit einigen Tagen spürt. Viel Erfolg! Du und deine Herren, ihr kommt mit eurem Plan nicht durch. Ihr habt vielleicht große und mächtige Freunde. Aber der Erzmagier hat kleine und clevere. Remi hat sein Glas stehen lassen. Hm, da ist eine Markierung drauf. Zwei Zentiliter steht daneben. Für die meisten Leute ist das nur ein kleiner Schluck. Aber für eine Ratte ist das schon eine ordentliche Menge Alkohol, schätze ich. Das ist die Jacke eines Protestlers. Sie hat mehrere Aufnäher. Und hier vorne ist ein Pin angeheftet. Hat keiner bemerkt. Es sieht tatsächlich aus Ja, fast wie der Pin von ähm The Maze Ich hoffe, dass ich heute Abend in meinem eigenen Bett schlafen kann. Ein Bett hier im Gasthaus durfte meine finanziellen Mittel übersteigen. Hm Ein Blatt Papier mit vielen Absätzen in kleiner Schrift. Ausschandgesetz steht drüber. Vielleicht Regeln für verschiedene Kringspiele? Genau Wow Swinging Seefels Die Stadt, die niemals schläft Die Postkarte wurde eindeutig vor dem Krieg verschickt Sogar der Turm der Zauberer Schule steht an seinem Platz Ah, quick travel Paragraph 1, Absatz 1 Trinke mit Verstand Wenn kein Verstand verfügbar, trinke ohne Paragraph 6, Absatz 5 Es ist verboten, Gremlins nach Mitternacht Snacks anzubieten I know that reference Paragraph 14, Absatz 2 Der Wirt ist nicht verpflichtet, Vampire zu bedienen Das scheint eine lange Liste von Regeln zu sein, die für Wirtshäuser und ihre Gäste gelten Praktisch So kann man jederzeit nachlesen, ob sich eine feuchtfröhliche Feier noch im Rahmen der gesetzlichen Verordnungen bewegt Eine Sorge weniger Es gibt einen ganzen Haufen Paragraphen hier Das Blatt ist so klein und dicht beschrieben, dass es selbst nüchtern schwierig ist, den Text zu entziffern Paragraph 9, Absatz 1 Zwergenstarkbier darf nur in speziell gesicherten unterirdischen Bunkern ausgeschenkt werden Zum Glück wissen die nichts vom Kellermeister zu Hause im Weißkammgebirge und unserem kleinen Zwergenstarkbierabend Callback Es gibt einen ganzen Direktor Bloch scheint Gold zu zählen Große Mengen Gold Woher hat er das? Hallo Herr Direktor Bloch Wetterquarz, haben Sie nicht noch Dinge in der Schule zu erledigen? Ich bin quasi immer noch dabei Ich hole nur gerade Werkzeug aus der Stadt Nun gut Ich muss gestehen, dass mich Ihre Leistungen am heutigen Tage nicht enttäuscht haben Ja? Ich habe nichts erwartet Deswegen war ich weder überrascht noch enttäuscht, dass Ihre Ergebnisse im Vergleich zu denen einer diplomierten Fachkraft abfallen Ich glaube, Sie geben mir unfair schwierige Aufgaben, damit ich sie nicht schaffe und Sie mich loswerden können Oh, ich werde Sie mit ganz gewöhnlichen Aufgaben los, Wetterquarz Es ist nicht Ihre Schuld Man hätte Sie nicht in eine Position bringen dürfen, in der Sie mit Aufgaben konfrontiert werden, die Ihre Ausbildung und Ihre Fähigkeiten übersteigen Ich mag ihn immer noch nicht Was tun Sie da, wenn ich fragen darf? So viel Gold wird man doch kaum als Schuldirektor verdienen Natürlich nicht Das Gold ist für den Wahlkampf der Ratsvorsitzenden Ich bin der Schatzmeister Ihrer Partei Einige Leute wollen anscheinend wirklich dringend, dass die Ratsvorsitzende siegt Natürlich, Sie sehen Ihre Spenden als Investition in die Zukunft Und Sie wissen, wie man etwas bewirken kann Ich muss weiter Ich erwarte Sie morgen nach der Einweihungsfeier zum Mitarbeitergespräch Dann werden wir uns über Ihre Leistung unterhalten Sehr wohl Ich und mein Golem werden es Ihnen schon zeigen Ich war hier seit der Neueröffnung noch nicht Ich hatte so viel in der Schule zu tun Ist hübsch geworden Wenn auch eine seltsame Mischung aus rustikal und elegant Wir müssen noch gucken, dass wir irgendwie den einen Randbein bestellen Hallo Grump Oh, Willipur Bist du dir sicher, dass du Van Buren wählen willst? Kleine Frau mit großer Frisur weiß, wie es geht Hat viel Gold und viel Erfolg Und du meinst, wenn du sie wählst, bekommst du das auch? Klar, versprechen Schon, aber ich glaube, der kleine Mann ist bei Erzmagier Alistair besser aufgehoben Bin ich klein Bin ich klein Und wenn Grump bald reich und mächtig Kleine Leute sollen Grump nicht sein Geld wegnehmen Bevor ich Zauberer geworden bin, habe ich in einer Zwergenkneipe im Weißkammgebirge gearbeitet Hattest du auch doofen, Chef? Ich bin nicht doof Grump müssen immer viel mehr arbeiten als Zlob Nur weil du so ungeschickt bist Wir arbeiten beide gleich viel Ich vielleicht sogar ein wenig mehr Das tausst zu viel Arbeit, kaum noch Freizeit Tschüss Grump Tschau Ich wüsste nicht, worüber ich zurzeit Ich sollte den Pin nicht einfach weggeben Vielleicht brauche ich ihn später noch So, dann gehe ich mal mit dem Pin zu dem Woher bist du denn? Das ist ja der fürchterliche Junge aus dem Unterricht Ganz schon spät für so einen kleinen Kerl Ähm, jungen Kerl Häh da Sie sind Wilbur Wetterquart Du willst mich auf den Arm nehmen, oder? Bist wohl beleidigt, weil ich heute Morgen in der Schule bewiesen habe, dass ich mehr von Magie verstehe, als du gedacht hast Was? Ich? Wovon sprechen Sie, Meister Wetterquart? Du warst heute Morgen in der Schule ganz schön frech In welcher Schule? Siehst du Und schon wieder willst du mich auf den Arm nehmen Aber Meister Wetterquart, ich würde nie... Heute Morgen in der Zaubererschule hast du versucht, mich zu verunsichern Und vor den anderen Schülern dumm dastehen zu lassen Die Zaubererschule? In der Oberstadt? Da darf ich doch gar nicht hin Ich bin nicht in Seefels geboren und bestimmt nicht wichtig genug, um einfach so in die Oberstadt gelassen zu werden Du willst mir weismachen, dass du heute Morgen nicht bei mir im Unterricht warst? In ihrem Unterricht? Um Zauberer zu werden? Das wäre so cool Okay Interesting Ich glaube immer noch, dass du mich auf den Arm nehmen willst Oder hast du einen Zwilling? Nicht, dass ich wüsste, Herr Wetterquart Das ist wieder irgendwelches Wibbly-Wobbly-Timey-Winey oder Shapeshifter-Gedöns Jetzt bin ich mir sicher, dass du mich veralbern willst Nein, könnte doch sein Nicht alle Hexenmeister-Nekromanten und Anwälte der Schattenarmee wurden gefasst, oder? Du scheinst für einen wichtigen Kampf zu trainieren Nein, ich spiele Ihren Kampf nach Wie Sie und Köpfen Bonnet und Prinzessin Ivo die Erzhexe Modroga auf dem schwarzen Turm besiegt haben Tatsächlich? Es muss der tollste Kampf aller Zeiten gewesen sein Die einsamen Helden, umgeben von Monstern, stellen sich der Anführerin der Schattenarmee und ihrem Sohn Munko Ja, eigentlich war es die Wusa-Armee Nein, nicht die Wurst-Salat-Armee Die Wusa-Armee Weißt du, was das Artefakt des Schicksals ist? Es kann jeden Wunsch erfüllen Sie haben sich bestimmt gewünscht, dass das Böse besiegt wird, oder, Meister Wetterquaz? Wir haben es nie eingesetzt Der Erzmagier warnte uns, dass die Macht des Artefaktes zu groß sei Aber, wenn man sich alles wünschen kann Dann kann man sich doch einfach gute Dinge wünschen Erzmagier Alistair glaubt, dass die Welt kommt zu groß sei Und ich vertraue ihm Finde ich, äh, amüsant Tatsächlich Es ist schon spät Ist es nicht langsam Zeit, nach Hause zu gehen? Ich warte, bis im Gasthaus keine Gäste mehr sind Manchmal geben Sloth und Grump mir ein Zimmer, wenn es niemand lief ist Du... du hast gar kein richtiges Zuhause? Ich habe gleich mehrere Manchmal schlafe ich unten in der Zeltstadt Und manchmal lässt mich die Witwe Bolte auf der Bank vor ihrem Kamin schlafen Aber, wenn ich im Gasthaus in einem... Die Witwe Bolte Dann nehme ich natürlich das Die Witwe Bolte Ernsthaft? Wow Ich habe ein kleines Zimmer in der Schule Wenn du im Gasthaus kein Bett findest, kannst du gerne bei mir schlafen Die Witwe Bolte Mein Herz schlafen wird seit der Teufel wohl nicht so verteidigen können wie sonst Und ich schlafe auf dem Boden Das wäre ja... wow Aber... die Schule liegt in der Oberstadt Da darf ich nicht hin Ach, diese alberne Regel Hm, vielleicht gewinnst du ja in der Lotterie Was für eine Lotterie? Es soll morgen eine Lotterie geben Der Gewinner darf in der Oberstadt leben Das wäre ja fantastisch Vielleicht hast du Glück Jeder hat die gleiche Chance Das klappt bestimmt Und wenn nicht heute, dann vielleicht beim nächsten Mal War schön, dich wiederzusehen oder zum ersten Mal getroffen zu haben Ich hätte es bestimmt nicht vergessen, wenn ich sie schon einmal getroffen hätte, Meister Wetterquart Entweder der Junge macht sich über mich lustig Oder das ist ein weiterer Punkt für unsere Liste seltsamer Vorgänge Also, wie sieht's aus? Die Sache ist nicht so einfach, wie wir gedacht haben Dann solltest du dich anstrengen Du hast doch keine Lust, die Nacht in der Unterstadt zu verbringen Aber... Sobald das markierte Fass in der Unterstadt aufgetaucht ist, habe ich Jorga am Wickel und lasse dich wieder rein Vorher nicht Okay Das hat keinen Sinn Erst wenn das markierte Alkohol... Wollen wir mit Jorga sprechen? Psst Wer ist... Ich bin es, Herr Schildträger Ich würde gerne über mein Bestechungsgeld sprechen Über sein Ausbleiben, um genau zu sein Warum nennst du dich selber... Weil ich... Ähm... Anton Und ich, ähm... Hehehehe Peti, bist du es? Ist verflucht dunkel da unten bei dir? Ja, ich bin's Peti Warum verstellst du plötzlich deine Stimme? Ähm... Haha, du bist schon ein verrückter Hund Also Was kann ich für meinen Lieblingslaufburschen tun? Ich brauche ein Fass Brandbein Für... Für das Gasthaus Geht klar Wie lautet die Losung? Kennst du die Losung denn? Was ist denn mit dir? Kennst du die Losung überhaupt? Ähm... Natürlich Aber darum geht es ja wohl kaum Soll ich meine illegalen Waren etwa von irgendjemandem kaufen? Also, schön Die Losung ist Marmelade Die Losung lautet Marmelade Nein, tut sie nicht Ich wollte dich nur verarschen Also Wie lautet die Losung wirklich? War es... Wuschelhase? Was? Nein Ja, haha Atomara Erstschlag? Atomara Erstschlag Ähm... Nein Wie lautet die Losung? Atomara Erstschlag Losung? Was für eine Losung? Das geheime Losungswort Ich kann doch nicht einfach jedermann illegalen Stoff anbieten Ähm... Den ich natürlich nicht habe, ja Einen wunderschönen guten Abend, Herr Ja, Atomara Erstschlag Ich kenne die Losung nicht Warum nicht? Bist du etwa gar nicht, Petey? Geh mal ans Licht Doch, bin ich Aber ich habe die Losung vergessen Ha, das sieht dir ähnlich Frag im Gasthaus nach Der Besitzer kennt sie Also schön Also zurück ins Gasthaus Hey Oh, der Reporter Das ist der Reporter Der Reporter, der sich oben an der Lostrommel von der Ratsvorsitzenden die Nachrichten in den Blog diktieren lässt Wenn ich jemals einen frustrierten Menschen Fuchs Dings gesehen habe Dann ihn Der Dings Der Dings Der Alphons, der Viertel vor Zwölfte Der Dings Wer kennt ihn nicht, den Dings Irgendwann kenne ich auch die Stimme Der Reporter hat mich gebeten, mal ein wenig in deiner Vergangenheit zu schnüffeln Dreckige Wäsche finden Nichts Der Magierumhang ist ja auch noch ganz neu Ich habe ihn bekommen, als ich Professor wurde Gefällt er Ihnen? Sehr schön Warum stößt du nicht dein Glück? Woher kenne ich die Stimme? Ich habe ein paar Fragen Ein paar gleich Oh, herz und Teufel kenne ich diese Stimme Ah Ich habe sie oben gesehen An der Lostrommel Ratsvorsitzende von Buren war auch da Hilft mir mal auf die Sprünge Keine meiner Sternstunden Lasse mir von einer Politikerin sagen Was ich über sie schreiben soll Warum tun sie es dann? Integrität kann man nicht trinken Außerdem ist es großartig Die Meinung so vieler beeinflussen zu können Was ich schreibe Ist am nächsten Tag Thema Weißt du? Ich finde, sie sehen nicht sehr glücklich aus Nein? Warum sollte ich das nicht sein? Ich habe immer eine Handbreit Schnaps im Bauch Und habe noch nie so viel Gold gemacht wie dieses Jahr Ich habe es für Weiber, Alkohol und schnelle Pferde ausgegeben Und den Rest habe ich einfach verprasst Ich muss einfach glücklich sein Genau Weil das auch glücklich macht Sie sind der Herausgeber des Ausgucs Oder Herr... Fuchs Archibald Fuchs Sie heißen wirklich Fuchs? Was dagegen? Ist das nicht... Naja... Etwas unkreativ? Sie sind ein Fuchs? Sie heißen Fuchs? So ist es nun mal Das ginge auch subtiler Heutzutage ist jeder ein Kritiker Habe ich kaum gesehen An was schreiben Sie gerade? Einem Artikel für die morgige Ausgabe Hausdrachenangriffe nehmen zu Kleinkind attackiert Wie klingt das? Das ist ja schrecklich Geht es dem Kind gut? Keine Sorge Das Kind gibt es ebenso wenig wie ein Problem mit Hausdrachen Aber warum schreiben Sie dann darüber? Ist das nicht offensichtlich? Der Erzmagier tut einfach nicht genug gegen dieses Hausdrachentroblem Aber ich dachte das gibt es nicht Die Ratsvorsitzende hat sich des Themas nun angenommen Und hat endlich ein Gesetz erlassen Das die Hausdrachenhaltung streng reglementiert Alle gewinnen Meine Zeitung weil sie als erstes über dieses dringende Problem berichtet hat Die Ratsvorsitzende weil sie schnell und entschlossen gehandelt hat Die Bürger weil sie sich nun endlich nicht mehr wegen der Hausdrachen sorgen müssen Machst du dir Sorgen wegen der Hausdrachen? Ähm Nein Siehst du Alles dank Frau von Buren Das klingt nach Bildzeitung-Logik Mir ist aufgefallen Dass sie immer wieder aus dem selben Glas trinken Und? Äh Sollte das Glas nicht irgendwann leer sein? Ist ein magisches Glas Hat Sloth sich ausgedacht Er wollte mir nicht ständig neue Gläser bringen Ich nicht auf den nächsten Drink warten Ist er verwandelt mit dem Heinz-Shane? Also hat er das Glas magisch mit einem der Fässer hinter der Theke verbunden Eine Win-Win-Situation Dann lasse ich Sie und Ihr Glas mal alleine Mehr Gesellschaft brauche ich nicht Hm Scheint nicht verwandt zu sein mit Heinz-Shane Das wäre auch zu lustig gewesen Ich habe momentan nichts mit Hallo Sloth Ah Wilbur Sei gegrüßt Ich habe gehört, dass ihr euren Alkohol bei Jorke bestellt Uns bleibt kaum etwas anderes übrig Er ist der einzige Händler, der uns Alkohol verkauft Teuer Da hast du recht Die Preise sind unverschämt hoch Seefels ist eine große Stadt Und es gibt viele Händler Warum verkauft nur Jorke Alkohol? Seitdem die Stadt von Flüchtlingen geradezu belagert ist Gibt es für Bauern und Händler aus der Umgebung mit ihren Ochsenkarren Kein Durchkommen mehr Verstehe Und Jorke wird per Luftfracht versorgt Aber trotzdem Es gibt doch mehr als einen Händler in der Oberstadt Natürlich Jorke handelt mit Alkohol Ein anderer handelt mit Lampenöl Der nächste mit Mana trinken So kommen sie sich nicht gegenseitig in die Quere Und jeder kann die Preise nehmen, die er für richtig hält Ich alle kaputt kloppen Ja, Alkohol Verstimmt Habt ihr vielleicht Interesse an einem Fassbrandbein? Ich bin mir sicher, dass Jorke noch heute liefern würde Nein, danke Wir haben noch etwas Und seit die Barrikade errichtet wurde Kommen deutlich weniger Gäste als sonst Aber ich brauche das Losungswort Jorges Losungswort für seine Krangaunerei? Wärst du ein vertrauenswürdiger Kunde von ihm, würdest du es kennen Wie wäre es, wenn wir Jorke für seine Wucherpreise eins auswischen würden? Hm Was schwebt dir vor? Kaputtklappen? Kaputtklappen Sagen wir so Ich könnte Jorke den strengen Arm des Gesetzes auf den Hals hetzen Schildträger? Dosenmännchen Dosenmännchen Ich brauche nur Jorges Losungswort und zack Wir haben ihn bei den Hammelbeinen Hm Und die Sache kann nicht zu uns zurückverfolgt werden? Ich habe keine Lust zukünftig noch höhere Preise für unseren Alkohol zu zahlen Es ist eine geheime Geheimoperation Versteckt in einem Geheimnis Versteckt in Geheimnis Klingt geheim Verdient hätte er es Ach was soll's Die Losung lautet Gold macht nicht glücklich Tatsächlich Hier Ein Sack Silberlinge für den Brandwein Das ist es mir wert Wenn Jorke und dem ganzen Händlerpack dafür das Geschäft verhagelt wird Danke Wiedersehen Auf Wiedersehen Na dann Gold macht nicht glücklich Psst Giorge Und? Gold macht nichts glücklich Solange es im Beutel der anderen klimpert Ganz recht Also Ein Fass Brandwein wolltest du haben? Genau Macht einen kleinen Sack Silberlinge Zack Ein Fass Brandwein Kommt sofort Zack Was hast du gesagt? Ach nichts weiter Danke für die Lieferung Solange du zahlst Liefere ich Mach's gut Jorke hat auf das Fass Keine Steuern bezahlt Dabei werden von den Steuern Straßen gebaut Die Alten und Kranken gepflegt Und meine Äpfel bezahlt Das wird Herrn Schildträger sehr interessieren Und? Jorke hat das markierte Fass geliefert Und hat mich damit hintergangen Na warte Ich bekomme das Bestechungsgeld Das mir zusteht Hey Hallo Was ist mit meiner Ausnahmegenehmigung? Hey Herr Schildträger Wir hatten doch eine Abmachung Jetzt verhandelt Herr Schildträger mit Jorke über seine Bestechung Und ich sitze hier unten fest Jetzt verhandelt Herr Schildträger mit Jorke über seine Bestechung Wenn ich es den beiden doch nur heimzahlen Zloff hat das Fass ordnungsgemäß bezahlt Es gehört ihm Er sollte es abholen lassen Bevor es noch verschwindet Hallo Geh runter Hallo Zloff Ah Jorke hat das Fass geliefert und keine Steuern dafür bezahlt Und das soll ihm Probleme bereiten? Herr Schildträger verhaftet ihn gerade Oder Redet mit ihm Oder so Die beiden mögen sich nicht besonders Aber sie sind von denselben Leuten abhängig Sie werden sich nicht gegenseitig Ähm Grump? Kaputt kloppen? Nein Ach schade Arschbein pinkeln Richtig Ah Wenn ich nur dabei wäre Nein Sie werden sich nicht gegenseitig Kaputt kloppen? Wiedersehen Auf Wiedersehen Short Das hätte ich gern gesehen Wollen wir noch irgendwas mit dem Herrn Fuchs? Ähm Hm? Ich glaube ich habe eine Geschichte für Sie Eine echte Geschichte Ja? Jetzt gerade verhandeln der Hauptmann der Stadtbache und ein Stadtbekannter Händler über Bestechungsgelder Was sagen Sie dazu? Bin schockiert Nein, ganz ernsthaft Jorke schmuggelt Alkohol in die Unterstadt und umgeht den Zoll Herr Schildträger weiß davon und will sich bestechen lassen Wilbur Weißt du Herr Fuchs Sie sind doch Reporter Es ist Ihre Aufgabe solche Vorgänge aufzudecken Wissen Sie warum Sie sich so mies fühlen? Weil Sie ein Spürhund sind Äh Fuchs Weil Sie ein Spürfuchs sind Weil Sie ein Spürfuchs sind Super Es gibt nur noch ein Problem Die beiden sind in der Oberstadt und das Tor ist zu Ich bin Reporter Ich habe überall Zugang Ah Pressefreiheit Ich sehe Das ist doch Blödsinn Würde ich dir ein Goldstück pro Fass abgeben Würde ich bei drei Goldstücken kosten Nur noch sechs Goldstücke Gewinn machen Da könnte ich auch gleich Steuern zahlen Ich will meinen Anteil Ohne meinen Anteil läuft hier gar nichts Guten Abend meine Herren Und jetzt auch noch der Was muss ich vernehmen? Werden in dieser Stadt etwa Wucherpreise für Alkohol verlangt? Und wird dieser Alkohol am Zoll vorbei in die Unterstadt geschmuggelt? Ich war gerade dabei die Vorgänge aufzuklären Was willst du, Fuchs? Troll dich, wir haben hier Geschäfte zu machen Deswegen bin ich hier Ich möchte meinem jungen Freund dort zeigen, wie in dieser Stadt Geschäfte gemacht werden G-genau Immerhin gibt es Gesetze Hahaha Richtig Laut Gesetz müsste Jörge auf viel Geld verzichten Schildträger wäre Job und Einfluss los Und ich müsste mir über die Alkoholzufuhr Sorgen machen Was schlägst du stattdessen vor? Ich bekomme meinen Alkohol künftig zu normalen Preisen Kein Wucher mehr für den alten Fuchs Jörge, du benutzt weiter den Kran und sparst dir den Zoll Ein Teil der Ersparnis steht unserem tüchtigen Hauptmann Schildträger hierzu Ich spare Gold Du verdienst weiterhin mehr als der zusteht Und Schildträger macht eine Kleinigkeit nebenher Alle gewinnen Wie klingt das? Ähm Aber Klingt fair für mich Ja, gut Oh Mann Dann ist das abgemacht Komm Schildträger Es gibt was zu feiern Im kleinen Wilbur hier war sofort klar, dass die Situation unhaltbar war Ein Geschäft, bei dem du bisher verdient hast Und plötzlich leer ausgehen solltest Unmöglich Danke Wetterquarz Vielleicht habe ich dich falsch eingeschätzt Hier Damit kommst du jederzeit von der Unterstadt in die Oberstadt Hast ihn dir verdient Das hier ist die Welt, die ich mit aufgebaut habe Anstatt sie zum Einsturz zu bringen, bin ich eine ihrer Säulen geworden Das ist der Grund, warum ich nicht glücklich bin Traurig Irgendwie schon ein bisschen traurig Dass er so geworden ist Was hat ihn wohl dazu gebracht? Hallo? X Was ist? Zloff, der Wirt aus dem Gasthaus hat erzählt Du bist verhaftet worden, weil du dich nicht von Herrn Schildträger durchsuchen lassen wolltest Warum sollte ich auch? Warum sollte ich auch? Ich habe nichts verbrochen Er brauchte nur einen Vorwand, um mich einzusperren Er wusste, dass ich zu den Protestern gehöre Das war Grund genug Tja dann, ich muss weiter Pass auf dich auf, Alter Der Troll hat alles stehen und liegen gelassen Und einfach Feierabend gemacht Vielleicht sollte ich das bei der nächsten Mitarbeiterversammlung einmal ansprechen Remi hat durchblicken lassen, dass ich mich da drin einmal umsehen soll Etwas stimmt mit Direktor Blochner Das ist klar Allerdings ist die Tür bestimmt verriegelt Hm Ob ich sie knacken kann? Hihi, die Türgriffe sehen fast wie Ohren aus Da war entweder der Zufall am Werk oder ein alberner Schlosser Hey, das habe ich gehört Du kannst sprechen und hören Wen nennst du hier albern? Du kannst hören und sprechen? Allerdings Warum? Ich meine, warum muss alles in dieser Welt lebendig sein? Wie sollte ich den Zugangscode hören, wenn ich keine Ohren hätte? Und wie könnte ich Ihnen sagen, dass der Code falsch ist, wenn ich keinen Mund hätte? Da ist was dran Ich bin Lehrer an dieser Schule und möchte gerne ins Lehrerzimmer Wie lautet der Code? Ich habe manchmal das Gefühl, dass mir ständig Probleme in den Weg gelegt werden Das nennt sich das Leben Nein Ich meine das ganz wörtlich Irgendjemand denkt sich Probleme aus, die ich dann lösen muss Anders ist das alles hier doch nicht mehr zu erklären Das nennt sich Die vierte Wand Ich glaube, ich kenne den Code nicht Ohne Code, kein Zugang Vermutlich hat Direktor Bloch nur vergessen, ihn mir zu sagen Ohne Code, kein Zugang Irgendwie muss ich an diesen Code kommen Ich muss weiter Ich habe noch etwas unten in der Stadt zu erledigen Mir egal, ich bin nur eine Tür Daher kommen wir über die Bibliothek vielleicht zurück Glauben nicht, aber könnten sie ja mal probieren Ich glaube nicht, dass mir die Bücher momentan weiterhelfen Ich lasse mich leicht von Dingen ab Ich sollte eigentlich etwas Produktives tun oder ich sollte schlafen Stattdessen lese ich dann ein Buch oder spiele ein Spiel Vielleicht kann ich die Pflanze abrichten, keine Schüler zu fressen Wenn nicht, wird es ein harter Kampf, sie hier raus zu schaffen Heute Morgen war es hier in der Klasse so kalt, dass sich Tau an den Käfigen gebildet hatte und dann runter tropfte Vielleicht kann ich morgen das Rohr reparieren, damit wir den Ofen wieder benutzen können Ich bin mir nicht sicher, wer das ist Oder was Kann es ein Schüler gewesen sein, der seinem Lehrer zu viele schwierige Fragen gestellt hat Und der seitdem als Warnung für die anderen dort ist? Das wäre ein pädagogischer Holzhammer Eine in Magierschulen gerne benutzte Erziehungsmethode Genau, es ist ein ehemaliger Schüler, der als Warnung da drin hängt Stellst du noch ein paar doofen Fragen, kommst du gleich in den Käfig der Nebe Und welchen Rohrstock? Eigentlich müsste mal jemand die Trankecke aufräumen und alle Gefäße reinigen Ich hoffe allerdings, dass nicht ich dieser jemand bin Es kann übel ausgehen, wenn man mit alten magischen Ingredienzen herumhantiert Deswegen lasse ich die Finger davon, bis ich unbedingt muss Eigentlich müsste mal... Sobald ich Zeit habe, könnte ich schauen, ob einige dieser Bücher eigentlich in die Bibliothek gehören Auf den ersten Blick würde ich allerdings sagen, dass es sich eher um Notizen früherer Lehrer und Lernmaterial handelt Und was ist das hier? Oh, ein Klassenfoto Eine Zeit lang war das Fotografieren sehr in Mode Ein Hexenmeister stellte diese kleinen Geräte vor, mit denen man sehr schnell detaillierte Abbildungen der Wirklichkeit machen konnte Es stellte sich dann allerdings heraus, dass im Inneren der Fotoapparate kleine Dämonen für das Malen der Bilder verantwortlich waren Sie stahlen den Fotografierten mit jedem Foto ein Stück ihrer Seele Und die Sache kam schnell aus der Mode Aber erst... Lass mich ein Selfie nehmen Ein erster Hinweis auf die Dämonen in Fotoapparaten war, dass die Abgebildeten auf den Fotos seltsame Fratzen zogen, die sie in Wahrheit nie machen würden Auch auf diesem Bild sehen einige der Schüler mehr als seltsam aus Die Abschlussklasse von 1462 steht in verschnörkelter Schrift über dem Bild Ein erster Hinweis, auch auf die Dämonen in Fotoapparaten Du darfst halt gerne sehen Ich hätte nie gedacht, dass Magie so eine komplizierte Sache ist Für mich war sie immer ganz selbstverständlich Als ich zum ersten Mal meinen Zauberstab in den Händen hatte, habe ich es gespürt Die Magie umgab mich Sie durchdrang mich Sie hielt die Welt zusammen Morgen früh ist wieder Unterricht Ich müsste mich eigentlich darauf vorbereiten Direktor Bloch hat mir das Zaubern außerhalb des Zauberunterrichts verboten Nur, wie soll ich meine Schüler ohne Magie begeistern? Ich spüre den Tag in den Knochen Wenn ich jetzt in mein warmes Zimmer gehe und mein weiches Bett sehe, könnte es zu einer Katastrophe kommen Würde dem Erzmagier etwas passieren, nur weil mir die Augen zugefallen sind Nein, unmöglich Ich weiß nicht, ob ich all Eigentlich müsste mal jemand mit Es kann Ich weiß nicht, wie ich mir die Augen zuuse Der Kobold scheint noch keinen Weg zurück. Vielleicht hat er auch schon längst aufgegeben. Schwer zu sagen, wie spät es genau ist. Aber die Nacht ist noch jung. Wenn Golems wirklich so fleißig sind, wie die Schiefertafel behauptet. Und ab dem Morgengrauen könnte er dann Erzmagier Alistar als Leibwächt. Hallo, Jorge. Okay, hier haben wir effektiv auch nichts mehr. Der Ausguck berichtet nicht fair. Und irgendjemand hat diese Lügengeschichten über den Erzmagier an die Wand geklebt. Kein Wunder, dass sein Vorsprung in den Umfragen schmilzt. Der Ausguck berichtet nicht fair. Lügenpresse, Lügenpresse. Es ist nur ein Kratzer, wurde über der Statue in den Stein gemeißelt. Oh. Ich habe es vorhin noch gesagt. Es ist nur ein Kratzer. Das ist tatsächlich Monty Python. Ich habe es kaum gesehen, hat die Blinde gesagt. Herr Schildträger? Herr... Finden Sie es eigentlich richtig, dass Sie sich als Hauptmann der Stadtwache von einem Schmuggler bestechen lassen? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Von Ihrem Deal mit Jorge. Er bezahlt Sie, damit Sie nicht hinsehen, wenn er seinen Alkohol am Zoll vorbeischmuggelt. Nach meinen Informationen bezahlen die ehrenwerten Händler dieser Stadt jederzeit den Zoll, der der Stadt zusteht. Aber anderslautenden Hinweisen geht die Stadtwache selbstverständlich entschlossen nach. Wir stehen für brutalstmögliche Aufklärung bei Bestechungsdelikten. Das war schon immer unsere Devise. Alles klar. Ich muss weiter. Ja, ja. Ist klar. Ihr wird ganz hart bestraft. Also gar nichts gemacht. Solange man ein paar Euronen rüberwachsen lässt. Also es hat leider nicht geklappt. Wegen der Sache mit Jorge und dem ihm mal richtig eins auswischen. Ja? Ich befürchte, das hat nicht so richtig geklappt. Tut mir leid. Ich hatte auch nicht viel Hoffnung. Und selbst wenn Jorge ein paar Schläge auf die Finger bekommen hätte, jemand anderes wäre gekommen und hätte seinen Platz eingenommen. Es ist das System, das nicht funktioniert. Kaputt! Oder wie es HG-Echt mal gesagt hat, das Problem an dem System, ja? Ist das System, ja? Das System ist das Problem, ja? Haben sie was getrunken, ja? Fragt mich die Polizei, ja? Ich schreie ganz laut, nein, ja. Herr Direktor Bloch? Ja? Ich habe erfahren, dass die Tür zum Lehrerzimmer nur mit einem Code geöffnet werden kann. Das ist korrekt. Ich habe den Code nicht erhalten. Auch das ist korrekt. Ich dachte mir, es sei verschwendete Mühe, ihnen jetzt den Code zu geben und ihn dann wieder ändern zu müssen, sobald sie kein Lehrer mehr an der Schule sind. Aber sie können morgen früh wieder ins Lehrerzimmer, sobald ich die Tür geöffnet habe. Aber... Ich mag ihn immer noch nicht. Es gibt einen ganzen Fahrrad zum Glück. Ich habe momentan nichts mit Grum zu bereden. Ich finde die beiden recht unterhaltsam. Aber ich wüsste nicht, was ich gerade... An der Feuerstelle wärmen sich in kalten Nächten Papier... Das Wasser... Oh, warte mal, da ist Timmy. Hallo, Timmy. Ich habe mich ganz übersehen. Was machst du denn hier? Ich will wissen, was los ist. Alle Ratten haben Aufträge von meinem Onkel bekommen. Alle. Nur ich nicht. Ich will auch helfen. Ich kann verstehen, dass du helfen willst. Und ich habe ein Herz für kleine Helden. Aber du bist nicht der Stärkste. Und mit deiner Gesundheit steht es nicht zum Besten. Es sind die Kleinen und Schwachen, die es mehr interessiert als alle anderen. Der kleine Timmy, das ist Dickinson Christmas Carol. Richtig? Hm... Was sind das für Tunnel, die unter der Stadt verlaufen? Manche sind alte Abwasserrohre und gehören zur Kanalisation der Stadt. Aber es gibt dort unten auch viele Höhlen und alte Gewölbe. Es gibt einige Löcher und Spalten, in die sich selbst Ratten nicht trauen. Einige sagen, es gäbe eine dunkle Macht dort unten. Das klingt beunruhigend. Ich habe nie etwas in der Richtung gesehen. Ich mache mir mehr Sorgen um die Zombies, die sich immer breiter machen. Zombies in der Kanalisation von Seefels? Jupp. Früher oder später wird ein Held in Ausbildung in die Kanalisation hinabsteigen und es mit den Zombies aufnehmen. Nein, meint Onkel Remy. Als ich zum ersten Mal von dir gehört habe, hieß es, du seist sehr krank. Während des Krieges war ich oft krank und hungrig. Wir hatten nie genug zu essen, bis du gekommen bist und uns geholfen hast. Das war doch selbstverständlich. Nicht für alle. Einige behandeln uns wie Ungeziefer. Vielen passt es nicht, dass Onkel Remy für den Erzmagier arbeitet und dafür bezahlt wird. Dabei behält er das Gold nicht für sich. Er verteilt es in der ganzen Familie und die ist groß. Wegen des Lehrerzimmers. Ja? Ich muss selber da rein. Aber... Aber du kannst mir helfen. Schau dir die Notizen auf dem Schreibtisch des Direktors an. Er ist ein sehr ordentlicher Mann und hat sich den Türcode sicher irgendwo aufgeschrieben. Was willst du denn im Lehrerzimmer? Er hat irgendetwas in einer der Schubladen gesucht oder hineingelegt. Auf jeden Fall wollte er nicht, dass er dabei beobachtet wird. Vielleicht ist es eine Bombe. Atomare Erzgeschlag. Aber du bist zu klein, um die Schublade zu öffnen. Deswegen brauche ich den Code. Verstanden. Codes, die man sich aufschreibt. Also ich weiß nicht, was du meinst. Ich würde doch niemals Codes aufschreiben. Er arbeitet zu viel. Er sagt das auch. Er isst nicht genug und schlägt kaum noch. Er sagt, schlafen kann ich auch, wenn wir das Land wieder aufgebaut haben. Er sollte sich nicht überarbeiten. Also ich habe tatsächlich, ich habe ein Buch, da stehen alle meine Passwörter drin und alle meine CD-Keys drin. Also schön, versuch ins Lehrerzimmer zu kommen. Danach treffen wir uns wieder hier. In Ordnung? Sei vorsichtig. Falls ich mal irgendwann wieder den CD-Kid von Sacred braucht, der 15 Jahre alt ist. Weiß ja nie. Okay. Remy würde mir nie verzeihen, wenn Timmy etwas zustößt. Und ich mir noch weniger. Und wie genau soll mir der Stadtschlüssel jetzt weiterhelfen? Ich sehe kein Schlüsselloch. Cool. Oh, nee. Just no. Och, nee. Spiel. Oh, warum? Warum hast du in der Tasche gesehen, wie der Schlüssel aussieht? Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Nee. Also, wirklich. Ähm, wie? Da ist die Mie wieder. Da bist du ja wieder. Was hast du herausgefunden? Viele Akten voller Listen und Zahlen. Nichts Verdächtiges. Aber in einer Akte stand ein Eintrag, der mit Tür überschrieben war. Darunter standen vier Zahlen. Vier, sechzig, neun, einundvierzig. Ich hab sie aufgeschrieben, damit ich sie nicht vergesse. Das hast du wunderbar gemacht. Diese Zahlen sind garantiert der Code für die Tür. Danke für deine Hilfe. Du weißt, wo du mich findest. Hast du vielleicht Lust, mich zu begleiten? Eventuell kann ich irgendwo einen kleinen Partner gebrauchen. Wow, klar. 4, sechzig, neun, einundvierzig. Das sind die Zahlen, die... Sie sollten mir bei... Dann gehen wir doch mal wieder die Tür. Ähm... Wie lautet... Der Code lautet 4, sechzig, neun, einundvierzig. Korrekt. Ähm... Solltest du dann jetzt nicht aufgehen? Ich kenne ihre Stimme nicht. Sie wurden mir von Direktor Bloch nicht vorgestellt. Aber ich habe den Code. Ich verfüge über ein zweistufiges Sicherheitssystem. Der richtige Code muss angegeben werden. Und dies muss in der Stimme eines mir bekannten Lehrers geschehen. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Ein Code und eine Stimme erkennen. Warum solch ein Aufwand für ein Lehrerzimmer? Immerhin befinden wir uns in einer Schule für Magie. Die Schüler verfügen über Einfallsreichtum und erstaunliche Fähigkeiten. Braut ein Schüler einen Vielsafttrank und verwandelt sich in einen Lehrer, fehlt ihm trotzdem der Code. Und wer den Code irgendwoher hat, aber kein Lehrer ist, kann ebenfalls nicht eintreten. Ein Vielsafttrank. Wenn Sie Lehrer an dieser Schule wären, wären Sie mir von Direktor Bloch vorgestellt worden. Ja, hielt das wohl nicht für nötig. Ich, ähm, ich bin's, Direktor Bloch. Ich verfüge zwar über keine Sehorgane, aber ich habe hervorragende Ohren. Sie sind nicht Direktor Bloch. Hm. Die Tür lässt sich nicht so leicht hereinlegen. Der Code muss in der Stimme von Direktor Bloch gesprochen werden. Das ist ein Problem. Hm. Was kann ich für Sie tun? Kannst du aufnehmen? Kannst du Stimmen nachmachen? Ich kann über 17 verschiedene Vogelstimmen imitieren. Das ist nicht das Wollschwein. Das ist aber eher um menschliche Stimmen. Tut mir leid. Ich verfüge nur über eine Stimme. Eine sehr schöne Stimme. Oh, natürlich. Ich kann allerdings Gespräche aufzeichnen. Gespräche aufzeichnen? Wie meinst du das? Gespräche aufzeichnen? Wie meinst du das? Fantastisch! Fantastisch! Okay, du kannst jetzt aufhören. Wie funktioniert das mit dem Aufzeichnen? Ich kann jedes Gespräch aufzeichnen, das Sie führen. Auf Wunsch spiele ich nur bestimmte Stellen der Aufzeichnung ab. Das heißt, wenn ich den Direktor dazu bekomme, 4, 60, 9 und 41 in irgendeinem Zusammenhang zu sagen, könnte ich diese Zahlen in seiner Stimme wiedergeben? Korrekt. Sweet! Ein Bausparvertrag! Ich frage dich später und ich werde vielleicht antworten. Nice! Nice! Ja, wir haben 21 Uhr. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Das Gespräch werden wir heute leider nicht mehr sehen. Ich muss nämlich pünktlich Feierabend machen. Ich habe nämlich noch ein Tetris-Match zu verlieren. Gegen Jakob. Äh, Jakob. Sorry. Deswegen werde ich jetzt speichern. Verlieren ist nicht, meinst du? Ja, sieht aktuell halt ein bisschen doof aus für mich. Ich habe leider alle meine bisherigen Matches 4, 0 verloren. Ich stehe ja aktuell sehr, sehr schlecht da. Jakob ist halt ein bisschen besserer Spieler als ich. Oder wie ich? Wer weiß das schon. Nun denn. Und, äh, ich muss sie auch noch diese Woche spielen, weil am Freitag ist die erste Classic Tetris Germany Liga vorbei. Und am Samstag und am Sonntag sind die Playoffs. Ich freue mich. Und dann geht auch schon bald zu einem TM die Season 2 los. dann hoffentlich auch mit Internetseite, wo man alles live angucken kann. Da müssen wir uns nochmal irgendwann unterhalten in einer ruhigen Minute oder so. Aber, das war es leider für heute mit The Book of Unwritten Tales. Wir sehen uns erst nächste Woche wieder. Und für euch hier, da ist meine Promo, heißt es morgen wieder Bonsoir mit Bon. Es wird ein Bonbon der Gefühle mit Sonic Mania. Freut euch darauf, sogar relativ lange, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, er steht für 18 Uhr bis Mitternacht drin. Also ein riesen, riesen Spaß bei Sonic Geburtstag, genau. Ich habe noch einen Song als Rausschmeißer. Eventuell freuen sich da Leute hier im Chat über diesen Song. Ansonsten sage ich Bye, bis zum nächsten Mal und machen sie's gut. Aber tschö. Tschö.